Im Jahr 2010 verschwindet eine Frau scheinbar spurlos. Niemand hatte etwas gesehen. Niemand ist zurückgekommen. Die Polizei durchkämmt Innenstädte und einsame Wälder, um sie zu finden. Die Ermittler vermuten zwar, dass es sich um einen Mordfall handelt, doch wie sollen sie den Täter überführen? Es ist schwer, Geschworene zu überzeugen, wenn es keine Leiche gibt. Die wichtigsten Beweise liefern die elektronischen Spuren, die jeder von uns hinterlässt. Wir hinterlassen ständig Spuren, wenn wir beispielsweise unser Smartphone benutzen oder einen videoüberwachten Bereich betreffen. Das sind wichtige Beweismittel, die selbst den schlauesten Verbrecher überführen können. Einen Verbrecher, der die Tat niemals zugegeben hat und dessen Schweigen einer Familie ewige Qualen bereitet. Es ist schwer zu ertragen, dass sie irgendwo liegt und niemand weiß, wo sie ist. Er hat sie einfach entsorgt. So als ob sie niemandem etwas bedeutet hätte. Am 4. Mai 2010 ist die 38-jährige Buchhalterin Susanne Pilly auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle im Zentrum von Edinburgh. Sie schickt eine Nachricht an ihre Eltern. Sie schrieb mir am Dienstagmorgen um 8.30 Uhr, dass sie am Abend mit uns ins Kino gehen wollte. Es gab zwei Tickets zum Preis von einem und wir sagten ihr zu. Das ist das letzte Lebenszeichen von Susanne. Um 1 Uhr mittags kam ein Anruf aus ihrem Büro, dass sie dort nicht erschienen ist. Ab dem Zeitpunkt galt sie also als vermisst. Mein Mann fuhr zu ihr nach Hause, doch sie war nicht dort. Wir riefen sie an und kontaktierten jeden, den sie kannte. Und gegen 6 Uhr abends sagte ich zu meinem Mann, dass ich die Polizei rufe. Obwohl Susanne erst einige Stunden verschwunden ist, ahnen ihre Mutter Sylvia und ihre Schwester Gail bereits, dass etwas nicht stimmt. Es passte nicht zu ihr, einfach zu verschwinden. Sie hätte auf jeden Fall meine Mutter oder mich angeguckt. Ich hinterließ ihr wütende Nachrichten, dass sich alle Sorgen um sie machten und dass Mom und Dad immer nervöser wurden. Kriminalmeister Stuart Houston teilt die Sorge der Familie. Wir bezweifelten, dass sie eine spontane Reise unternommen hätte, ohne irgendjemandem Bescheid zu sagen. So ein Typ war sie nicht. Sie hatte eine Katze, doch sie hatte keinerlei Vorkehrungen getroffen, damit diese in ihrer Abwesenheit gefüttert wird. Wir bezogen schon sehr früh die Kollegen in unserer Ermittlungen ein, um herauszufinden, was Susanne für eine Person war. Ob es zu ihr gepasst hätte, einfach auf eigener Faust abzuhauen. Und anhand der Aussagen verhärtete sich für uns der Eindruck, dass etwas nicht stimmte. Edinburgh hat fast 500.000 Einwohner. Die Polizei hofft daher, dass jemandem an dem Morgen etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist. Detective Chief Inspector Gary Flanagan leitet die Ermittlungen. Sie verschwand früh am Morgen, mitten im Zentrum von Edinburgh, wenn unzählige Leute zur Arbeit gehen. Daher haben wir auch Leute auf der Straße gefragt, ob sie Susanne Pilly an dem Tag gesehen hatten. Wir wollten herausfinden, wer sich in der Nähe ihres Büros aufgehalten hatte. Doch niemand hatte sie gesehen. Niemand wusste, wo sie war. Und niemand hatte eine Erklärung, warum sie nicht zur Arbeit erschienen war und eine spontane Reise gemacht haben könnte. Die Polizei findet außerdem heraus, dass Susanne Pilly ihr Telefon nach dem Morgen des 24. Mai nicht mehr benutzt hat. Nach der Nachricht an ihre Eltern konnten wir keine weitere Aktivität mehr von ihrem Handy feststellen. Und das machte uns stutzig. Jetzt waren wir fest davon überzeugt, dass ihr etwas zugestoßen sein musste. Und das teilten wir auch ihrer Familie mit. Und die Mutter befürchtet bereits das Schlimmste. Sonst wusste ich immer, wo sie war. Wir sprachen oder schrieben uns täglich. Als ich tagelang keine Nachricht von ihr bekam, wusste ich, dass ich sie nie wieder sehen würde. Die Polizei kann weder sagen, was mit Susanne Pilly passiert ist, noch warum sie verschwunden ist. Sie weiß nicht mal genau, ob sie sich noch in Edinburgh aufhält oder bereits tot ist. Doch sie verfügt über ein wichtiges Hilfsmittel. Überwachungskameras, die rund um die Uhr jede Bewegung aufzeichnen. Unser Verhalten ist vorhersehbar geworden. Durch die elektronischen Geräte, die wir bei uns tragen und mit denen wir im Alltag in Kontakt kommen. Seien es die Videokameras, die uns filmen oder das WLAN-Netz, das wir nutzen. Um herauszufinden, was mit Susanne Pilly passiert ist, erstellt die Polizei eine Chronologie ihrer letzten Stunden. Wohin ist sie gegangen und wen hat sie getroffen? In der Forensik sagt man, dass jeder Kontakt Spuren hinterlässt. Doch eigentlich trifft das auf so gut wie jede Beweisführung zu. Jedes Mal, wenn man das Handy benutzt oder von Videokameras gefilmt wird, hinterlässt man eine Spur. Bei unserer Arbeit ist es wichtig, den Kreis der Verdächtigen so weit einzugrenzen, bis wir irgendwann den Täter gefunden haben. Das betrifft jeden, der eventuell Kontakt zu unserer Person um die Zeit ihres Verschwindens oder Todes gehabt haben könnte. Besonderes Interesse haben die Ermittler an David Gilroy. Er ist zweifacher Vater und leitender Angestellter in der Firma der Verschollenen. Am Tag nach dem Verschwinden von Susanne Pillay besucht die Polizei das Büro in der Thistle Street. Doch Gilroy ist zu der Zeit auf Geschäftsreise an der Westküste Schottlands. Die Polizei findet ihn deshalb so interessant, weil er eine Affäre mit der Vermissten hatte. Wir wollten mit ihm über seine Beziehung zu ihr sprechen. Zu der Zeit sahen wir in ihm eher einen Zeugen, der uns möglicherweise Auskunft darüber geben könnte, wohin Susanne Pilly gegangen war. Am späten Abend betritt Gilroy das Polizeirevier in Edinburgh. Da wird Susanne Pilly bereits seit 36 Stunden vermisst. David Gilroy hat uns sehr weitergeholfen, weil er uns einen Einblick in Susannes Leben gewährte. Er gab uns Auskunft darüber, was ihre Interessen waren und wie und mit wem sie ihre Freizeit verbrachte. Er vermutete, dass Susanne eventuell einen alten Ex-Partner oder eine Freundin kontaktiert hatte. Er wirkte zwar etwas verwirrt, doch mit seinen ersten Aussagen hat uns Gilroy sehr geholfen. während der Befragung bemerkten die Beamten einige ungewöhnliche Kratzer an seinen Händen. Er gab uns eine Erklärung, die durchaus plausibel klang. Er meinte, es seien nur kleinere Verletzungen, die er sich vor kurzem bei der Gartenarbeit zugezogen hatte. An den zuständigen Kollegen genügte das. Es gibt also eine Affäre und merkwürdige Kratzer. Macht ihn das automatisch verdächtig? Nicht unbedingt. Das allein sind noch keine belastenden Beweise. Doch als die Polizei Gilroys Aussagen den Leuten übermittelt, die der Vermissten am nächsten stehen, wird es richtig interessant. Ihre Mutter beschreibt die Beziehung zu Gilroy als nicht gerade harmonisch. Er belog sie ständig, doch sie fand es immer heraus. Im Oktober hatten sie einen heftigen Streit. Und das war schon das erste Indiz für seinen streitsichtigen und gewalttätigen Charakter. Er hatte schon ein paar Mal seine Koffer gepackt und sie schickte ihn wieder zurück zu seiner Frau. In unserem letzten Gespräch riet ich ihr, es zu beenden und sich lieber jemanden zu suchen, mit dem sie eine bessere Zukunft haben könnte. Jemanden, den sie heiraten und mit dem sie Kinder haben kann. Die Polizei erfährt, dass Susanne Pelé Gilroy für einen anderen Mann verlassen hat. In den Wochen bis zum 4. Mai schreibt ihr Gilroy 400 Nachrichten. Neben SMS gibt es auch Sprachnachrichten. Die Nachrichten sind wehmütig und klingen nach einem Mann, der das Ende einer Affäre nicht akzeptieren will. Unsere Ermittlungen ergaben, dass die Beziehung zumindest von ihrer Seite aus beendet war. Doch David Gilroy glaubte scheinbar, er könnte die Beziehung noch retten. Es bestand eindeutig ein Widerspruch zwischen seiner Version der Dinge und dem Bild, das wir aus der Auswertung der Textnachrichten gewannen. Diese unterschiedliche Auffassung rückt Gilroy in den Fokus der Ermittler. Doch es fehlen noch Hinweise, die zeigen, was genau passiert ist. Bisher ist nur klar, dass Susanne Pillay am Morgen des 4. Mai auf dem Weg zum Büro verschwunden ist. Der Arbeitsplatz war von entscheidender Bedeutung, denn wir waren uns sicher, dass sie zur Arbeit gekommen sein musste. Sie ist weder zurückgefahren, noch ist sie im Büro erschienen oder durch die Hintertür verschwunden. Die Polizei zieht Jacqueline Pistel hinzu. Sie ist forensische Bildanalytikerin. Sie soll herausfinden, wohin Susanne gegangen ist und damit wichtige Beweise liefern. Wenn wir zeigen könnten, dass sie zwar bei der Arbeit, jedoch nicht an ihrem Schreibtisch erschienen ist, dann wüssten wir, wann sie genau verschwunden ist. Wenn die Aufnahmen allerdings nicht beweisen, dass sie bei der Arbeit angekommen ist, dann könnte sie überall verschwunden sein. Jacqueline Pistel muss die Videoaufnahmen auswerten und die Bewegung von Susanne Pellet in eine chronologische Reihenfolge bringen. Wir machen einen logischen Abgleich der einzelnen Aufnahmen, wo es Ähnlichkeiten und Unterschiede gibt. Und danach entscheiden wir, mit welcher Wahrscheinlichkeit es sich um eine bestimmte Person handelt oder nicht. Das beinhaltet die systematische Analyse des Hauttyps, des Farbtons der Kleidung sowie anderer Merkmale. Anhand ihrer Kleidung und ihrer Frisur bekommt man schon einen ersten Eindruck von ihrem Aussehen. Oder man achtet auf ihre Handtasche. Auf den Überwachungsvideos kann man so einiges erkennen. Und je mehr man von ihr sieht, desto einfacher erkennt man sie auf weiteren Aufnahmen. Die Straße verlässt. Wir überprüften die Leute, die vor ihr liefen und die hinter ihr. Wir überprüften die Leute, die ihr entgegenkamen. Das letzte Bild zeigt Susanne Pilly, wie sie neben einem Taxi verschwindet. Also haben wir auch den Taxifahrer überprüft. Wir fragten ihn, welche Fahrgäste er hatte, um auszuschließen, dass er etwas mit ihrem Verschwinden zu tun hatte. Wenn Susanne Pilly die Fizzle Street tatsächlich nie verlassen hat, muss die Polizei ihre Ermittlungen neu sortieren. Im Laufe der Ermittlungen wurde klar, dass wir es nicht mehr nur mit einem Vermisstenfall, sondern mit einem Mord. Ist es wirklich ein Mord? Susanne Pilly wird seit weniger als einer Woche vermisst. Das ist natürlich ungewöhnlich und sicher auch beängstigend. Aber einen Mord kann die Polizei nicht so leicht nachweisen. Denn dazu bräuchte sie erstmal eine Leiche. Und vorher muss sie wissen, was genau passiert ist. Die Buchhalterin wurde von keinem ihrer Kollegen an ihrem Schreibtisch gesehen. Wohin ist sie gegangen? Ein großes Problem für uns war, dass die Frau in einem Großraumbüro mit rund 60 Leuten gearbeitet hat. Die Treppe zu ihrem Büro führte zu vier weiteren, ähnlich großen Büros, inklusive Keller mit Hunderten von Angestellten. Wo beginnt man da mit der Suche? Am 9. Mai, fünf Tage nach dem Verschwinden entscheidet sich Gary Flanagan dazu, das gesamte Gebäude mit Spürhunden durchsuchen zu lassen. Ich brachte die Leichenhunde ins Spiel, um mal irgendeinen Anfangspunkt zu setzen. Gary hofft, dass die Leichenhunde nähere Informationen darüber liefern können, ob sich im Gebäude eine Leiche befunden hat und wenn ja, an welcher Stelle. Leichenhunde reagieren auf Verwesungsgeruch. Sobald sich ein Körper zersetzt, können das die Hunde riechen. Leider können sie nicht sprechen, aber sie sind eine sehr wirksame und viel zu selten eingesetzte Ressource. Zwei Leichenhunde werden durch das vierstöckige Bürogebäude in der Fizzle Street geschickt. Am meisten schlagen sie in der Umgebung der Tiefgarage an. In der Nähe einer Feuerschutztür, auf einem Parkplatz und unter einer Treppe. Die Leichenhunde lieferten fantastische Ergebnisse, denn sie waren in der Lage, sogar an mehreren Stellen Leichengeruch zu wittern. Doch darüber hinaus können die Hunde eine Verbindung zwischen einer Leiche und David Gilroy herstellen. Wir wussten, dass David Gilroy einen zugewiesenen Dienstparkplatz hatte, auf dem er an dem Tag sein Auto abgestellt hatte. Und genau in diesem Bereich zeigten die Hunde eine Reaktion. Außerdem schlugen sie an, als wir sein Fahrzeug durchsuchten. Die Leichenhunde schlugen auch bei einer Feuerschutztür an, die er durchquert haben muss. Wir hatten also zwei oder drei separate Stellen, an denen die Hunde angeschlagen haben. Die Leichenhunde liefern wichtige Beweise. Die Ermittler sind überzeugt, dass eine Leiche in der Tiefgarage gelegen haben muss, in der Nähe von David Gilroys Auto. Da wir keine forensischen Beweise hatten, konnten wir nicht belegen, dass die Frau innerhalb des Gebäudes umgebracht worden war. Doch die Hunde lieferten uns Hinweise, die den Schluss zuließen, dass sie im Bürogebäude getötet worden war. Obwohl der Polizei weiterhin die Leiche fehlt, geht sie mittlerweile von einem Mord aus und sie hat noch einige offene Fragen zum Verhalten von David Gilroy. Die Ermittler verdichten sich immer mehr auf den Mann. Die Polizei überprüft sein Alibi für den 4. und 5. Mai. Wir haben Überwachungsaufnahmen von David Gilroy, auf denen er mit einem Rucksack im Bus zu sehen ist und weitere Aufnahmen, auf denen er durch Edinburgh läuft. Die letzte Kamera erfasst ihn noch, als er gerade vor dem Bürogebäude verschwindet. Dann bemerken die Ermittler, dass er sich beim Betreten des Büros komisch verhält. Er hat sich gegen 8.30 Uhr an seinem Computer eingeloggt. Doch als Suzanne Pilly ankommt, ist keinerlei Aktivität an seinem Arbeitsplatz verzeichnet. Kein elektronischer Fußabdruck, der nachweist, dass er irgendetwas getan hat. Er benutzt weder das Diensttelefon noch sein Handy. Es bleibt unklar, was er in der Zeit gemacht hat. Um das herauszufinden, durchsucht die Polizei Gilroys Computer, der von 8.30 Uhr bis kurz nach 9.00 Uhr inaktiv war. Also bis kurz nachdem Suzanne Pilly im Büro angekommen sein müsste. Direkt nachdem die Frau verschwunden ist, ändert er seinen Terminplan, um einen Vorwand für eine Fahrt nach Lock Gilpad zu haben. David Gilroys Firma war an einigen Projekten mit öffentlichen Schulen in der Gegend um Argyl beteiligt. Daher war es nicht ungewöhnlich, dass er dort eine Schule besuchte. Ungewöhnlich war nur, dass der Besuch an dem Tag nicht geplant war. Das Büro verfügt über eine Tiefgarage, bei der lediglich die Straße vor der Einfahrt Video überwacht wird. Gilroy wird an diesem Tag auf dieser Straße gefilmt. Und wieder kommt dem Beamten sein Verhalten so komisch vor, dass sie die Ermittlungen ausweiten. Er verließ das Büro und fuhr nach Hause, um sein Auto zu holen. Es fragt sich, warum, denn er war am Morgen mit dem Bus zur Arbeit gekommen. Wir sehen, wie er das Gebäude verlässt und in Richtung Princess Street läuft. Auf dem Rückweg hält er eine Tüte in den Händen. Die Tüte war auffällig pink. Also überprüften wir, welcher Laden solche Tüten im Angebot hatte und fanden das entsprechende Geschäft. Dann gingen wir die Verkäufe durch, die in dem Laden getätigt wurden. Wir überprüften alle Rechnungen und stießen dann irgendwann auf eine Barzahlung für einen Luftauffrischer. Erst verschwindet er aus dem Büro, um sein Auto zu holen. Dann verlässt er das Gebäude durch den Hinterausgang, um schließlich Luft auffrischer zu kaufen. Isoliert betrachtet beweist das alles noch gar nichts. Doch die Ermittler fragen sich, was Gilroy am 4. Mai genau getrieben hat. Noch merkwürdiger ist Folgendes. Familie und Freunde der Vermissten sind voller Sorge und telefonieren ihr den ganzen Tag hinterher. Aber der Einzige, der sie nicht anruft, ist der Mann, der ihr vorher 400 Nachrichten hinterlassen hat. Gilroy schreibt ihr nicht mal eine SMS, um zu fragen, wie es ihr geht. Nach diesem Tag bricht der Kontakt komplett ab. war's. Einzeln betrachtet bedeuten all diese Dinge nicht viel. Doch wenn man sie geschickt miteinander verbindet und in einen logischen Zusammenhang mit den restlichen Ermittlungsergebnissen bringt, ergibt das Ganze schon einen Sinn. Am Abend des 4. Mai, dem Tag, an dem Susanne Pilly verschwunden ist, erscheint Gilroy wieder auf einer Überwachungsaufnahme. David Gilroy besuchte mit seiner Familie eine Schulaufführung. Danach gingen alle zum Essen in ein italienisches Restaurant. Er aß nicht viel an dem Abend, aber er führte ein angeregtes Gespräch mit seiner Familie. Für die Außenwelt verhielt er sich normal. Die Leichenhunde und die Videoaufnahmen zeichnen dagegen das Bild eines Mannes, der sich nicht normal verhält. War Susanne Pilly während dieses Essens bereits tot? Und wenn dem so ist, wo ist die Leiche? Die Polizei weiß, dass er am 5. Mai einen Termin Lock Gilpet in Argyll hatte. Das sind über 200 Kilometer von Edinburgh auf der anderen Seite von Schottland. Der Weg nach Argyll führt über einen Gebirgspass namens Rest and Be Thankful. Die Ermittler konzentrieren sich auf die minutiöse Rekonstruktion von Gilroys Reise. Sie suchen mögliche Ungereimtheiten in seinen Aussagen. Erster Punkt die Route. Er war im Jahr davor 30 Mal in Agil und hatte dabei immer die schnellere Route durch den Rest and Be Thankful genommen. Doch diesmal nahm Gilroy eine längere Route. Er fährt einen Umweg, der weiter nördlich über Stirling und Tindrum führt. Unsere Erfahrung zeigt uns, dass ein Täter normalerweise sein finales Ziel verschleiert. Und auch David Gilroy ist eine alternative Route gefahren, um sein wahres Ziel vor der Polizei geheim zu halten. Um seine genaue Route zu ermitteln, wertet die Polizei die Daten seines Handys aus. Dabei findet sie heraus, dass er es auf der Hin- und Rückfahrt an bestimmten Stellen ausgeschaltet hat. Er schaltete sein Handy in Stirling aus, machte einen Umweg nach Tindrum und fuhr danach wieder runter nach Inverary, wo er es wieder anstellte. Dann fuhr er weiter zur Schule. Auf dem Rückweg schaltete er das Handy in Inverary wieder ab. Er ließ es für knapp zwei Stunden ausgeschaltet. Und im Heimweg schaltete er das Telefon erst wieder in Art Louis an. Schaltet Gilroy das Handy bewusst aus, um seinen Standort geheim zu halten? Die Polizei hofft nun, dass die Überwachungskameras etwas aufgenommen haben. Wir versuchten zunächst, die genaue Route seines Wagens nachzuverfolgen. Das war eine schwierige Aufgabe, denn obwohl die Kameras zum Teil hochwertige Aufnahmen machten, wurden diese nach relativ kurzer Zeit wieder gelöscht. Mal nach einer Woche, mal schon früher. Daher mussten wir sicher gehen, dass wir so viele Aufnahmen wie möglich nutzen konnten. Stuart Houston und sein Team werten das Material von 250 Kameras aus. Damit wollen sie Gilroys Route und insbesondere seinen Standort bestimmen. Dabei fällt auf, dass Gilroy für die Strecke länger braucht als nötig. Eine Kamera stand an einer Tankstelle in Tendrum nördlich von Agil. Die nächste Aufzeichnung bekamen wir in der Stadt Inverere. Wenn man mit normaler Geschwindigkeit fährt, braucht man etwa 36 Minuten, um von einem Ort zum nächsten zu gelangen. Die Aufnahmen zeigen, dass Gilroy auf dem Hinweg zwischen beiden Orten keine 36 Minuten brauchte, sondern 2 Stunden und 29 Minuten. Und der Rückweg dauerte 2 Stunden und 9 Minuten. Das sind fast dreieinhalb unbeaufsichtigte Stunden auf einer Strecke, die durch ein Waldgebiet führt. Für die Polizei ist das eine wichtige Erkenntnis. Das war ein Wendepunkt für die Ermittlungen. Schließlich war klar, dass sich der Mann in der Gegend auskommt. Außerdem hatte man auf der Strecke zwischen Tindrum und Inverary Zugang zu einigen sehr abgelegenen Teilen von Argyl. Und wenn man beispielsweise eine Leiche oder ähnliches loswerden möchte, dann wäre das die perfekte Möglichkeit gewesen und es hätte auch vom Zeitraum her gepasst. Da er längere Zeit unterwegs war, überprüft die Polizei auch, ob er mehr Sprit verbraucht hat. Denn das würde darauf hindeuten, dass er von der Hauptroute abgebogen ist. Bevor er die Fissel Street verlassen hat, hat er noch mal getankt. Wir konnten also davon ausgehen, dass er mit einem vollen Tank losgefahren ist. Mithilfe der Abteilung für Verkehrsmanagement konnten wir die Route rekonstruieren und dabei fanden wir heraus, dass er knapp 200 zusätzliche Kilometer gefahren sein muss. Die Auswertung der Aufnahmen und des Benzintanks deuten darauf hin, dass Gilroy mehr Zeit und Sprit benötigt hat, als für die Strecke von Tindrem nach Inverary üblich sind. Was hat er in der Zwischenzeit gemacht? Die Polizei nimmt Gilroys Auto genauer unter die Lupe. Sie hofft, weitere Beweise am Fahrwerk oder am Motor zu finden. Als wir sein Fahrzeug auseinandernahmen, stellten wir fest, dass drei der vier Federn beschädigt waren und wir fanden Grasreste an der Unterseite des Wagens. Wir sahen uns genauer an, welche Gräser in der Gegend wuchsen und hofften, dass wir in den Wäldern von Agil auf alten Baumbestand stoßen würden. Doch leider handelte es sich um einen unspektakulären Nutzwald. Wir untersuchten das Fahrzeug, alles, von den Fußpedalen bis zu den Fußmatten. Wir kratzten sogar Bodenproben aus dem Reifenprofil. Uns war alles recht, was unsere Suche weiterbringen würde. Trotz ausgiebiger wissenschaftlicher Analysen kann die Polizei nicht eruieren, woher die Vegetation genau stammt. Die Schäden am Fahrzeug legen allerdings eine Fahrt abseits einer asphaltierten Straße nahe. Alles deutet darauf hin, dass er die Hauptstraße verlassen hat und in ein Waldgebiet abgebogen ist, um sich dort der Leiche zu entledigen. Die Videoaufnahmen zeigen auch, wie Gilroy gegen 16 Uhr 30 an der Schule in Lock Gilpit ankommt. Doch dort hat er weder ein Treffen, noch scheint er irgendetwas zu tun. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass er während seines Besuchs irgendeine notwendige Tätigkeit ausübt. Er nimmt nicht mal das Gebäude richtig in Augen schein. Eine so weite Anfahrt war dadurch nicht zu rechtfertigen. Moderne Technik in Kombination mit klassischer Polizeiarbeit liefert die entscheidenden Beweise, die ein anderes Licht auf Gilroys Reise nach Lok Gilpett werfen. Die Kameras halten den Großteil seiner Route fest. Die Handydaten zeigen, dass er sein Telefon bewusst abschaltet. Und sein Spritverbrauch beweist, dass er über 150 Kilometer mehr gefahren ist. Am 23. Juni glaubt die Polizei genügend Beweise für eine Mordanklage gegen Gilroy zu haben. Doch es fehlt immer noch das eine Beweisstück, über das die meisten Mordermittlungen verfügen. Eine Leiche. In der schottischen Rechtsgeschichte gibt es bis 2010 nur vier Mordfälle ohne Leiche, in denen es zu einer Verurteilung gekommen ist. Gary Flanagan ist klar, dass alles von der geschickten Kombination der zahlreichen Indizienbeweise abhängt. Bei so komplexen Ermittlungen gibt es nicht den einen entscheidenden Beweis, auf jemand die Geschworenen überzeugen kann. Und es ist noch schwerer, wenn es keine Leiche gibt. Wir suchten die Gegend ausgiebig nach möglichen Nebenrouten ab, die er genommen haben könnte. Wir konzentrierten uns auf mehrere Orte, an denen man eine Leiche entsorgen konnte. Wir suchten nach geeigneten Stellen, an denen der Mörder die Leiche aus dem Kofferraum hätte holen können, um sie im Wald oder im Gelände zu vergraben. Der Fall erlangte landesweit so eine große Aufmerksamkeit, dass wir sehr viel Unterstützung von den besten Experten und Beratern erhielten, doch leider konnten wir Suzanne Pilley nicht finden. Auch wenn die Suche nach der Leiche erfolglos bleibt, zahlt sich zumindest die akribische Auswertung der Überwachungskameras aus. Wenn sich unsere Ermittlungen lediglich auf eine Reihe von Indizien stützen, müssen wir jeder Spur bis ins kleinste Detail nachgehen. Das heißt, die Kollegen, die die Überwachungsbilder auswerten, müssen auf die winzigsten Nuancen hinsichtlich der Erscheinung des Fahrzeugs achten. Dann stößt ein aufmerksamer Beamter auf ein weiteres entscheidendes Beweisstück, mit dem Gilroy's Handlungen am 5. Mai neu gedeutet werden können. Einen Regenschirm. Anhand der Aufnahmen konnten wir beweisen, dass der Regenschirm auf der Hutablage lag, als er am Dienstagabend nach Verlassen des Büros an einer Tankstelle anhes. Wir sahen ihn noch mal, als das Auto an einer Videokamera auf der Strecke nach Lok Gilpett vorbeifuhren. Doch das Entscheidende war, dass der Regenschirm wieder im Kofferraum lag, als die Polizei das Fahrzeug beschlagnahmt hat. Er ist nur auf sechs Bildern der Überwachungsaufnahmen zu sehen. Doch der Regenschirm scheint auf der Hinfahrt auf einer anderen Position zu liegen. Im Vergleich zur Ankunft in Edinburgh Das lässt die Vermutung zu, dass Gilroy außer Reichweite der Überwachungskameras angehalten und irgendwo im Wald den Kofferraum geöffnet hat. Danach kehrte er nach Edinburgh zurück, wo er um 23.30 Uhr mit der Polizei redete. Nichts deutet darauf hin, dass er ihn an dem Tag gebraucht hätte. Für mich ist das der Beweis, dass er den Kofferraum anderweitig genutzt hat. Jetzt ist die Polizei überzeugt, ein komplettes Bild von den Ereignissen des 4. und 5. Mai zu haben. Gilroy konnte das Ende der Beziehung nicht hinnehmen. Als Susanne ins Büro kommt, stellt er sie zur Rede. Entweder in oder nahe der Tiefgarage tötet er sie und zieht sich dabei wahrscheinlich Verletzungen zu. Danach versteckt er die Leiche. Er fährt sein Auto in die Garage und verstaut die Tote im Kofferraum, wo sie über 24 Stunden liegt. Er kauft Luft auf Frischer, um den Verwesungsgeruch vor Menschen oder gar Hundenasen zu verbergen. Am nächsten Tag fährt er nach Lock Gilpit. Dort versucht er seine Spur zu verwischen, bevor er einer Schule einen kurzen Besuch abstattet. Die tote Susanne Pilly liegt zu der Zeit wohl noch im Kofferraum. Dann entsorgt er die Leiche auf der Rückfahrt nach Edinburgh irgendwo in den Wäldern von Argyll. Obwohl es weder forensische Beweise noch eine Leiche gibt, glaubt die Polizei, dass die Indizienbeweise überzeugend genug sind. Doch die Entscheidung liegt bei den Geschworenen. In diesem Fall gibt es kein einzelnes entscheidendes Beweisstück. Doch wenn man alle Teile zusammensetzt und sich das komplette Bild ansieht, dann lässt das nur einen Schluss zu. Susanne Pilly wurde in der Thistle Street ermordet, nachdem sie zur Arbeit kam und ihr Mörder heißt David Gilroy. Im Jahr 2012 wird Gilroy des Mordes an Susanne Pilly schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Vor 25 Jahren wäre dieser Fall vielleicht nicht gelöst worden. Das Auto wäre von der Straße abgefahren und die Polizei hätte nur im Nebel gestochert. Doch dank Videokameras, Mobilfunkdaten und Sprachaufnahmen entkommt ein Mörder heute nicht so leicht. Die moderne Technik verfolgt ihn auf Schritt und Teil. Trotz Gilroys Verurteilung bleibt Susanne Pilly weiterhin verschwunden. Irgendwo in diesen Wäldern. Denn Gilroy weigert sich, die Tat zuzugeben und verrät nicht, wo er die Leiche vergraben hat. Doch Mutter und Schwester müssen jeden Tag mit der Ungewissheit leben. Ich glaube schon, dass sie eines Tages noch gefunden wird. Doch dazu wäre es nötig, dass die Gesetze in Schottland geändert werden. Damit Mörder wie er nicht frühzeitig entlassen werden können, solange sie der Familie nicht sagen, wo sie ihr Opfer verscharrt haben. Es ist schwer zu ertragen, dass sie irgendwo liegt, jedoch niemand genau weiß, wo. So als ob sie niemandem etwas bedeutet hätte. Er hat sie einfach entsorgt. Wie Abfall. trotz Gilroys Verurteilung ist der Fall noch nicht abgeschlossen. Der Fall bleibt aktiv, bis wir Susanne finden. Wir hoffen, dass sich doch noch jemand meldet, der uns die entscheidende Spur liefert. Ich werde keine Möglichkeit ungenutzt lassen, um ihre Leiche aufzuspüren. unsere body zu riechen. An dem Abend war ein Football Spiel. Joey Johnson arbeitete als Koch. Mary war die stellvertretende Managerin. Sie kam an dem Abend nur, um das Restaurant abzuschließen. Opie Hughes war eine wunderbare Frau. Sie war sehr religiös und die Mutter von drei Teenagern. Es war 1983. Mit sowas hätte doch niemand gerechnet. Ich wünschte, es hätte mich getroffen, nicht sie. Warum ist das passiert? Warum meinem Bruder, meiner Frau? Ich wollte nur eins, die Täter finden. Ost-Texas. Ein Freitagabend im September. Football-Zeit. Das bedeutet für ein örtliches Restaurant, das für sein Brathähnchen bekannt ist, immer ein gutes Geschäft. Um 22.30 Uhr kommt Kim Miller vorbei. Sie und ihre Mutter Mary Tyler arbeiten hier. Die junge Frau wundert sich. Mittlerweile sollte jeder schon zu Hause sein. Draußen stand noch Marys Auto. Das Restaurant war zu, der Schlüssel steckte im Schloss. Es scheint niemand da zu sein. Aber was hat Marys Auto da noch dort zu suchen? Wo ist Kims Mutter? Kim ging zur Hintertür und sah, dass sie offen stand. Als sie die Arbeit vor einer Dreiviertelstunde verlassen hat, war alles noch in Ordnung. Jetzt sieht es nicht mehr so aus. Kim sah an einigen Stellen Blut, aber es war niemand da. Sie dachte, dass sich vielleicht jemand geschnitten oder es irgendeinen Unfall gegeben hatte. Dad, ist Mom zu Hause? Nein, wieso? Irgendwas stimmt nicht. Kim und ihr Stiefvater können sich nicht erklären, was passiert ist. Deswegen schalten sie die Polizei von Kilgore ein. Ihr erfahrenster Detektiv Danny Purtle übernimmt den Fall. Als er ins Restaurant kommt, beunruhigt ihn sofort, was er sieht. Das war kein Unfall. Hier muss etwas Schlimmeres geschehen sein. Es waren drei Leute dort gewesen. Sie hätten das Restaurant nie verlassen, ohne es abzuschließen. Hinter der Theke gab es eine Blutlache. Von da führte eine Blutspur durch die Küche zum Büro. dort bewahrten sie das Geld auf. Es war keins mehr da. Hatte es einen Raubüberfall gegeben? Wenn ja, was ist mit den drei Menschen passiert, die hier noch gearbeitet haben? Mary Tyler, die stellvertretende Managerin und ihre beiden Kollegen Joey Johnson und Opie Hughes. Die Nachricht über ihr unerklärliches Verschwinden macht in der kleinen Stadt schnell die Runde. Und schon bekommt die Polizei die ersten Hinweise. Jemand, der am Restaurant vorbeigefahren war, hatte auf der Rückseite ein Auto gesehen, einen weißen Van. Mehr konnte er nicht sagen. Mehr braucht Detective Pertl nicht, um seine Vorgehensweise zu ändern. Seine Intuition sagt ihm, dass dies nicht nur ein Raubüberfall war. Er sucht nach drei Menschen, die verschleppt wurden und sich sehr wahrscheinlich in Gefahr befinden. Wir schickten Leute in alle Richtungen. Wir hofften inständig, die drei Vermissten irgendwo gefesselt und geknebelt zu finden. Warum würde jemand sie mitnehmen, um sie dann laufen zu lassen? Und warum würde er sie überhaupt entführen? Das ergibt alles keinen Sinn. Sie durchkämmten die Gegend, suchen jede Straße nach den Vermissten ab. Während die Suche auf Hochtouren läuft, wird Pertl zurück ins Restaurant gerufen. Es gibt beunruhigende Neuigkeiten. Was tun Sie hier? Mein Mann ist nicht nach Hause gekommen, er arbeitet hier. Lana Maxwells Ehemann David hätte schon vor Stunden zu Hause sein sollen. Er hat an dem Abend nicht gearbeitet, aber er wollte Joey abholen. Er hatte sein Motorrad. Das Motorrad ist noch da, aber von David keine Spur. Es war erschreckend zu erfahren, dass es nun vier Vermisste gab. Als Lana der Polizei erzählt, was David an dem Abend vorhatte, wird ihnen das mögliche Ausmaß dieses Falles klar. Könnte noch eine weitere Person verschwunden sein? Monty Landers war Studienanfänger am Kilgore Junior College. David und Joey waren zusammen in einer Studentenverbindung, in die Monty gerade eingetreten war. Die drei wollten nach der Arbeit etwas zusammen unternehmen. Es war ein ziemlicher Schock, als die Ermittler feststellten, dass vielleicht fünf Menschen verschwunden waren. Opie war ein Mädchen vom Land, trug Stiefel und Jeans. Sie hatte kein Interesse an Schmuck, einem großen Haus oder einem dicken Auto. Ihr genügte es, wenn sie ein Pferd zähmen und Essen auf den Tisch bringen konnte. Jack und Opie Hughes verbindet eine ganz besondere Liebe. Sie sind seit 20 Jahren glücklich verheiratet und ziehen gemeinsam ihre drei wohlgeratenen Kinder groß. Als Fernfahrer ist Jack oft lange nicht zu Hause, aber sie bleiben ständig in Kontakt. Hi Süße, ich bin's. Wo bist du? Ich habe ihr gesagt, dass wir die ganze Nacht durchfahren und ich am Morgen zu Hause bin. Der Mond war wunderschön an diesem Abend. Um 4 Uhr morgens bin ich bei der Spedition angekommen. Um 7 haben sie an meine Tür geklopft. Sie sagten, meine Kinder suchen nach mir. Meine älteste Tochter erreichte mich. Sie sagte, Mom ist letzte Nacht nicht heimgekommen. Sie Sie nicht hier. Wir sind tausend Sachen durch den Kopf gegangen. Am Freitagnachmittag hatte ich ihr noch gesagt, wir sehen uns morgen. Dazu kam es nie. Der neue Tag ist schon angebrochen, doch es gibt immer noch keine Spur von den fünf Vermissten. Um etwa 7 30 habe ich einen Kollegen angerufen, um ihn zu bitten, mich zu unterstützen. Es war der Ranger Glenn Elliott aus Longview. Die Suche ging weiter. Alle suchten die Gegend und die Straßen ab. Ich fing mit der Spurensicherung im Restaurant an. Sie sicherten gerade den Tatort, sind aber nicht weit gekommen. Es wurden fünf Leichen gefunden. Kilgore liegt knapp 200 Kilometer östlich von Dallas und ist durch das schwarze Gold zu einer wohlhabenden Stadt geworden. Hier gab es einmal die meisten Ölquellen der Welt. Das war 1983 eine kleine Stadt in der Mitte des sogenannten Ölflecks von Ost-Texas. Wegen des Öls gab es dort viele Bohrarbeiter. Wir wurden oft zu Raufereien gerufen. Aber Gewaltverbrechen sind hier nicht an der Tagesordnung. bis plötzlich fünf Menschen aus einem Restaurant verschwinden. Sowas hatte es noch nie gegeben. Am Morgen wusste fast jeder in der Stadt, dass etwas passiert war und wer vermisst wurde. Aus den schlechten Nachrichten wird eine Tragödie. Auf einem Ölfeld 20 Kilometer vor der Stadt wurde eine furchtbare Entdeckung gemacht. Es war eine Massenhinrichtung. Ein Arbeiter wollte am Samstag Morgen auf dem Gelände die Messinstrumente überprüfen, so wie er das immer tat. Als er die erste Leiche sah, dachte er, jemand wolle ihm einen Streich spielen. Dann begriff er, dass es bitterer Ernst war. In den 1980ern gab es noch keine Handys. Er meldete sich über das Funkgerät in seinem Truck bei seiner Firma und sagte, dass sie die Polizei verständigen sollen. Beamte aus Russ County teilten mir mit, dass sie die Leichen aller Vermissten gefunden hatten. Vier von ihnen lagen auf dem Bauch, mit dem Kopf, auf dem Arm, sowie auf einem Kissen. Allen war in den Kopf geschossen worden. Was haben sie? Monty Landers lag ganz außen. David Maxwell neben ihm. Opfer Nummer drei und vier, Mary Tyler und Joey Johnson hatten versucht aufzustehen. Ihre Schuhe hatten die Erde aufgescharrt, es gab Spuren im Kies. Beide waren niedergeschossen worden. Monty David Mary und Joey das sind nur vier. Was ist mit Opie? Die Hoffnung, dass sie vielleicht entkommen konnte, wird schnell zerstört. Opie lag etwa 35 Meter von den anderen entfernt in der Nähe des Tores. In einer Hand hatte sie ein Büschel ihrer eigenen Haare, in der anderen ausgerissenes Gras. Warum ist sie nicht bei den anderen? Vielleicht ahnte Opie, passieren würde und wollte von der Straße wegrennen. Sie hatte keine Chance. Da war eine Menge Gestrüpp und ein Stacheldrahtzaun. Sie konnte nirgendwo hin. In der Gegend stehen ein paar Häuser, aber es ist sehr ländlich. Es gibt viele Ölfelder da draußen. Es ist sehr abgelegen. Keiner konnte sich das erklären. Es ergab keinen Sinn. Fünf Menschen wurden nach einem Raubüberfall entführt und ermordet. Warum? Warum wurden sie zu einem Ölfeld gebracht, das so weit entfernt war? Warum gerade dieser Ort? Er lag weit ab von der Hauptstraße, man musste lange fahren, um dort hinzukommen. Wenn der Raubüberfall schiefgelaufen war, warum haben sie sie dann nicht im Restaurant umgebracht, in den Kühlraum gesperrt und sind dann weggefahren? Warum haben sie sie an diesen Ort gebracht und dann regelrecht exekutiert? Weil es wie eine Hinrichtung aussah, könnte es mehr als nur ein Raubüberfall gewesen sein. Vielleicht war es ein Auftragsmord. Sie wussten nicht, womit sie es zu tun hatten. Ich kannte Mary Tyler, Joey Johnson und auch David Maxwell. Ihn habe ich aufwachsen sehen. Es war sehr schwer. Doch das Schwierigste kommt noch. Die Familien müssen benachrichtigt werden. David Maxwell arbeitete halbtags, um über die Runden zu kommen. Er und Lana hatten gerade erfahren, dass sie ein Kind bekommen würden. Joey ging aufs Kilgore College. Er war unter den Westen ein fantastischer Football, Basketball und Baseball Spieler. Alle dachten, er würde es weit bringen. Jack Hughes, Opis Ehemann, weiß, dass sie tot ist, bevor es ihm mitgeteilt wird. Ich sah das Polizeiauto vorfahren. Ich rief meine Kinder und sagte, wir bekommen schlechte Nachrichten. Ich wollte sie bei mir haben. Die fürchterlichen Neuigkeiten erschüttern die gesamte Stadt und erreichen auch die Familie des jüngsten Opfers, des 19-jährigen Monty Landers. Wir haben es als Letzte erfahren. Die Nachbarn von gegenüber erzählten es meinem Vater. Sie haben die Vermissten gefunden. Monty war auch dabei. Nein, das ist er nicht. Meine Mutter wiederholte dauernd, das ist ein anderer Monty Landers. Mein Vater identifizierte die Leiche. Als er zurückkam, sagte er ihr, er ist es. Monty liebte seine rote Corvette. Als Teenager sind wir damit rumgefahren und hatten einfach Spaß. Am Morgen kam im Radio, dass man die fünf ermordet hatte und das Restaurant ausgeraubt worden war. Der Zusammenhalt in der Gemeinde war sehr stark. Jeder wusste, was die anderen so taten. Wenn so etwas passiert, dann ist das wie eine Schockwelle. Mütter wollten wissen, wo ihre Kinder sich aufhielten. Schulen wurden geschlossen. Keiner wusste, was passiert war. Hat es jemand auf Menschen in Restaurants abgesehen? Vorher sind die Leute ins Bett gegangen, ohne die Tür abzuschließen und haben nachts mit offenem Fenster geschlafen. Das änderte sich abrupt. Fünf Familien trauern und die ganze Stadt mit ihnen. Für Detective Pertl ist das nicht nur ein Fall, es ist eine Mission. Legen Sie den weg. Ich wollte nur eins, die Täter finden. Im Restaurant ist überall Blut. Pertl und sein Team nehmen Proben. Eine Blutspur führte ins Büro. Ich mache ein Foto. Der Aktenschrank stand offen und war mit Blut beschmiert. Das Geld darin war weg. Etwa 1500 Dollar. Alle Zeugen sind tot. Aber was ist mit den Menschen, die kurz bevor es passiert ist, im Restaurant waren. Sie befragten die Kunden. Starb House war eine Einheimische. Kurz bevor das Restaurant zugemacht hat, wartete sie darauf, ihre Bestellung aufzugeben. Da sah sie ein junges Mädchen, das vom Telefon bei der Kasse jemanden anrief. Sie sagte, Mom, es ist zu viel Geld hier, keiner hat es heute zur Bank gebracht. Ich gehe auf eine Party. Star Powers dachte, sowas sollte man nicht laut sagen, besonders kurz vor Feierabend. Wahrscheinlich hat sie damit recht. Aber wie wurde aus einem Raubüberfall ein Massenmord? Die Ermittler befragen das Mädchen, das den Anruf gemacht hat. Kim, Mary Tylers Tochter. Kim Miller war erst eine Woche vorher aus einem Heim für schwer erziehbare Mädchen aus Louisiana zurückgekommen, wo sie ein Jahr lang war. Sie war nicht kriminell, sondern hatte nur ein paar Probleme mit Drogen. Ich weiß, es ist schwer für dich. Bevor sie im Heim war, hatte sie halbtags im Restaurant gearbeitet und konnte dort wieder anfangen. Es war erst ihr dritter oder vierter Arbeitstag. Was ist passiert? Okay, ich wollte abschließen und bin zur Kasse. Da war zu viel Geld drin. Kim bestätigt die Aussage von Star Powers und sagt, dass sie nicht bis Geschäftsschluss im Restaurant war. Okay, ich bring's nach hinten. Ich bin weg. Kim war früher gegangen, so gegen 5.10 Uhr. Sie ist mit einem Jungen aus Kilgore durch die Gegend gefahren. Ich wollte auf eine Party. Sie war verdächtig, weil sie schon mal Ärger gehabt hatte. Purtle hofft, dass die Obduktion Aufschluss über den Tathergang geben kann. Die fünf Opfer wurden mit insgesamt elf Schüssen ermordet, die aus zwei oder drei unterschiedlichen Waffen stammten. Es waren also mindestens zwei Täter. Und es gibt den Hinweis. Als sie Joey Johnson entkleideten, entdeckten sie unter dem Bund seiner Jeans einen abgebrochenen Fingernagel. Offenbar war es keiner von ihnen. Also sahen sie sich auch die anderen Opfer an. Ihre Nägel sind alle intakt. Könnte der Nagel von einem der Mörder sein? Für die Ermittler bedeutet das sucht jemanden mit abgebrochenem Fingernagel. Wir richteten eine Hotline ein und erhielten in der ersten Woche etwa 2700 Anrufe. Anonyme Hinweise führen die Ermittler zu der Vermutung, dass dies tatsächlich nicht einfach ein Raubüberfall war. Das war kein Klein Krimineller. Vielleicht ging es um viel mehr als nur 1500 Dollar. Rache. Ein Motiv war angeblich, dass das Rezept zur Herstellung einer Droge von einem der Opfer gestohlen wurde. Einer der größten Drogendealer in Ost-Texas hätte dafür 20.000 Dollar gezahlt. Er wollte es zurück. Während die Polizei fieberhaft nach den Tätern sucht, erschüttert der Tod von fünf Freunden und Bekannten weiterhin die Kleinstadt Kilgore. Warum ist das passiert? Warum gerade meinem Mann, meiner Frau, meinem Bruder? Sie konnten es einfach nicht verstehen. Meine Welt geriet völlig aus den Fugen. Irgendwann kam ich an einen Punkt, an dem es mir egal war, wie viel ich getrunken hatte. So konnte es nicht weitergehen. Das Einzige, was den Familien etwas Trost spendet, ist, dass sie sich auf Detective Danny Purtle verlassen können. Er steckt seine ganze Energie in die Aufklärung des Falles, hat jedoch nur wenige Anhaltspunkte, einen abgebrochenen Fingernagel und die fehlenden 1500 Dollar. Wer soll es sonst gewesen sein? Mankins. Bis ein anonymer Tipp die Ermittlungen in eine andere Richtung lenkt. Der Informant behauptet, ein gestohlenes Rezept für die Herstellung von Crystal Meth sei der Grund für die grauenvolle Tat und ein Drogendealer der Täter. Jimmy L. Mankins Junior war in Kilgore als Drogendealer bekannt. Es gibt nichts Besseres. Mankins, wo ist das Rezept? Angeblich hatte ein Drogenboss 20.000 Dollar für das Rezept bezahlt und Mankins wollte sich mit ihm gut stellen, indem er es zurück holte. Besorg's, schnell! Laut dem Informanten hatte es jemand im Restaurant. Mankins wollte es sich dort holen. An dem Abend hatte er sich eine Waffe Kaliber 38 besorgt. So eine war auch in dem Fall verwendet worden. Es ist zwar nur Hören Sagen, aber Jimmy Mankins wird nun zum Hauptverdächtigen. Am Samstagabend brachten wir ihn aufs Revier in Russ County. Was die Ermittler als erstes interessiert, ist einer seiner Fingernägel abgebrochen. Bei Befragungen hieß es immer sofort Hände auf den Tisch. Zeigen Sie mir Ihre Hände. Die Ermittler können es kaum glauben. Was ist da passiert? Ein Fingernagel war abgebrochen. Ich muss ein Foto machen. Am Mittelfinger seiner rechten Hand war der Nagel abgebrochen. Er war ihr Mann. Da es möglicherweise eine Verbindung in die Drogenszene gibt, schaltet Detective Pertle das FBI ein. Die Kollegen unterstützen ihn nur allzu gerne. Es ist nicht das erste Mal, dass sie den Namen Jimmy Earl Mankins Junior hören. Zufälligerweise interessierten wir uns auch für ihn. Sie glaubten, er sei an einer Entführung und einem Mord beteiligt gewesen. Wir hatten ihn wegen Handels mit Crystal Meth im Visier. George Keeney sollte nur an diesem Fall arbeiten und genügend Beweise gegen Mankins sammeln. Bei der Hotline gehen immer noch Anrufe ein. Ein weiterer Tipp rückt drei andere Männer in den Fokus der Ermittler. Der Informant sagt, dass sie es ganz sicher waren. Drei Wochen nach den Morden wurden mir Informationen über Romeo Pinkerton, Donald Hartsfield und einer weiteren Person zugespielt. Möglicherweise ihr Cousin. Pinkerton und Hartsfield sind zwar verurteilte Drogendealer, aber nicht in Kilgore aktiv. Da erinnern sich die Ermittler daran, dass Darb Powers etwas von einigen Fremden erzählt hatte, die ihr am Mordabend im Restaurant aufgefallen waren. Als sie in der Schlange stand, war hinter ihr ein junger Afroamerikaner. Dann kam ein weiterer rein, der offensichtlich mit ihm zusammen da war. Er ist einfach gegangen, ohne etwas zu bestellen. Okay, Leute, kommt her, schaut euch die an. Könnten sie die Mörder sein? Die Ermittler wollten herausfinden, ob sie Alibis hatten. Pinkerton hat eins, das gar nicht besser sein könnte. Die Polizei in Tyler bestätigte, dass Romeo Pinkerton zur Tatzeit im Gefängnis gesessen hatte. Jetzt ist er zwar wieder auf freiem Fuß, aber bis zwei Tage nach dem Verbrechen hatte er sich noch in Gewahrsam befunden. Die anderen beiden haben auch Alibis. Sie haben gearbeitet, wenn man das so nennen kann. Sie hatten Prostituierte von Longview nach Tyler gefahren, also waren sie in der Nacht beschäftigt. sie sind zwar keine Heiligen, aber scheinbar auch keine Mörder. Alle drei müssen als Verdächtige ausgeschlossen werden. In dieser ruhigen Gemeinde wurden fünf Menschen hingerichtet und niemand wusste warum. Jeder suchte nach einer Antwort. Es waren viele falsche Informationen im Umlauf. Einige Leute behaupteten, sie wussten, wer die Täter waren. Die Polizei sah sich etwa 75 bis 80 mögliche Verdächtige näher an. Aber die meisten Aussagen waren substanzlos. Es gab Leute, die zum Beispiel sagten, mein Nachbar fährt einen Van. Die Polizei musste aber vielen dieser Hinweise nachgehen. Fast alle entpuppten sich als falsche Fähren. Wir haben einiges zu tun. Mankins ist aber unser Hauptverdächtiger. Die Ermittler konzentrieren sich wieder auf Jimmy Earl Mankins Junior und einen abgebrochenen Fingernagel. Aber der Staatsanwaltschaft ist bewusst, dass die Beweise bisher noch nicht ausreichen. Ihn zu verhaften wäre zu riskant. Man hat nur eine Chance. Wenn wir ihn angeklagt und nicht gewonnen hätten, wäre es vorbei gewesen. Vorerst hat Mankins also nichts zu befürchten und kann weiterhin seiner Arbeit nachgehen. In diesem Teil von Ost Texas nimmt die Gewalt im Zusammenhang mit seiner Art von Arbeit immer mehr zu. Direkt nach den Morden gab es mindestens ein Dutzend weitere ungelöste Tötungsdelikte in dieser Gegend. Alle hatten mit Drogenhandel zu tun. Ein Dutzend Menschen waren ermordet worden und niemand wurde dafür belangt. In den nächsten Jahren behält die Polizei ihren Hauptverdächtigen im Fall des Massakers von Kilgore ununterbrochen im Auge. Sie sucht nach Beweisen, um Jimmy Mankins dafür vor Gericht bringen zu können. Jeder in Ost Texas war sich sicher, es waren Mankins und einige seiner Leute. Es ist sein Fingernagel. Wir müssen ihn nur überführen. Alle Tipps hatten mit Mankins zu tun. Warum bist du so blöd? Er erzählte überall herum, es gewesen zu sein. Ihr würd so gehen wie den 5 in Kilgar. Piss dich. Jeder hatte ihn im Verdacht. Ich wollte ihn sogar mal umbringen. Das hatte ich wirklich vor. Aber Gott sagte zu mir, du bist nicht mein Sohn. Die Jahre vergehen, aber bei den Ermittlungen im Fall der 5 ermordeten Bürger von Kilgar gibt es keinen nennenswerten Fortschritte. Wird je irgendwer dafür verurteilt werden? 1993, zehn Jahre nach den Morden, nimmt sich ein neuer Staatsanwalt der Sache an. Und ein neues kriminaltechnisches Testverfahren kann angewendet werden. Die Fingernagelanalyse geht davon aus, dass die Linien in den Fingernägeln bei jedem Menschen einzigartig sind. Der Staatsanwalt lässt den Fingernagel von einem Experten auf dem Gebiet analysieren. Das Ergebnis gibt Grund zur Hoffnung. Er wurde Jimmy Mankins zugeordnet. Der Durchbruch. Zwölf Jahre nach der Tat wird Mankin endlich wegen Mordes angeklagt. Jetzt ist er keine Gefahr mehr für die Gesellschaft. Die Ermittler arbeiten weiter daran, dass er auch ganz sicher verurteilt wird. Die Meinungen in Kilgore sind gespalten. Viele sagen, er sei unschuldig. Andere wissen, dass er es nicht ist. Die Staatsanwaltschaft hat nun die Chance, jeden davon zu überzeugen, dass sie den richtigen hat. bis zum Sommer 1995 wartet Jimmy Mankins Junior im Gefängnis auf seine Gerichtsverhandlung wegen bewaffneten Raubüberfalls und fünffachen vorsätzlichen Mordes. Die Ermittler wissen, dass sie sich nicht allein auf die Analyse des Fingernagel-Experten verlassen können. Also suchen sie weiter nach anderen stichhaltigen Beweisen. Der technologische Fortschritt bietet der Staatsanwaltschaft eine zusätzliche Möglichkeit, Mankins sicher zu überführen. 1983 stand die DNA-Analyse noch ganz am Anfang. In den 90ern dagegen war sie schon sehr weit entwickelt. Das Problem war, dass zu dieser Zeit noch nie jemand einen DNA-Test an einem Fingernagel durchgeführt hatte. Es dauerte mehrere Monate. Staatsanwaltschaft und Polizei warten gespannt auf das Ergebnis, das den Durchbruch in diesem zwölf Jahre alten Fall bedeuten kann. Es gab schon einen Termin für die Verhandlung. Wir waren alle sehr angespannt. Hallo, es sind alle da. Darf ich Sie auf Lautsprecher stellen? Der Experte meinte, ich weiß nicht, wie ich Ihnen das sagen soll, aber es ist nicht seiner. Totenstille. Ich weiß noch, wie ich dachte, es ist nicht seiner. Das war's dann wohl. Sie haben die Anklage fallen lassen. Das war bitter. Sechs Monate nach seiner Verhaftung wird Jimmy Earl Mankins Junior aus dem Gefängnis entlassen. Ab da hieß es, wir müssen doppelt so hart daran arbeiten, etwas gegen Mankins zu finden. Auch ohne Fingernagel. Das beweist nicht, dass er nicht beteiligt war. Sie wussten, dass es mehrere Täter gewesen sein mussten. Fünf Menschen an einen 20 Kilometer entfernten Ort zu bringen schafft man nicht alleine. Der Fingernagel stammt zwar nicht von Mankins, aber er könnte einem seiner Komplizen gehören. George Kinney und Danny Pertl waren erfahrene Ermittler und nicht leicht unter zu kriegen. Aber dieser Fall machte ihnen zu schaffen. Warum wurden die Opfer aus dem Restaurant verschleppt? Das ließ sie nicht los. Für die Ermittler mag es frustrierend sein. Für die Angehörigen der Opfer ist es unerträglich. Wir wollten nur die Wahrheit wissen, aber es gab keine Antworten. Das war schlimm. Wir mussten damit leben, dass vielleicht nie jemand dafür ins Gefängnis kommen würde. Hatte ich das Gefühl, sie im Stich gelassen zu haben? Ja, weil ich nicht da war. das hat mir schwer zugesetzt. Ich habe mir die Schuld an dem gegeben, was passiert ist. Ich wünschte, es hätte mich getroffen, nicht sie. Monty sah sich nie einen Horrorfilm an. Es war schlimm für uns, dass er selbst einen erleben musste. der Druck war immens, weil ihre Familien wollten, dass der Fall gelöst wird. Das kann ich gut verstehen. Trotz ihrer intensiven Bemühungen gelingt das den Ermittlern nicht. Sechs weitere frustrierende Jahre vergehen. Doch dann wird der Fall noch einmal komplett neu aufgerollt. Es wurde entschieden, dass wir uns nochmal alle Beweise vornehmen und sie kriminaltechnisch untersuchen lassen. Dieses Mal arbeitet Lisa Tanner direkt mit der DNA Expertin Lorna Beesley zusammen. Lorna sagte, ich glaube, wir haben noch ein paar der Beweisstücke hier. Sie wurden seit 18 Jahren im Labor aufbewahrt. Alle Blutproben aus dem Restaurant werden ausgewertet und in die nationale DNA Profildatenbank CODIS eingegeben. Das Ergebnis ist überraschend. Es gab zwei Übereinstimmungen. Es war aber nicht Mankins oder einer der anderen, die wir überprüft hatten. Einer ist der verurteilte Kriminelle Darnell Hartsfield und der andere sein Cousin Romeo Pinkerton. Das kam absolut unerwartet. Die meisten, die jetzt an dem Fall Arbeiten haben noch nie von ihnen gehört. Vielleicht können wir noch mal die alten Akten durchgehen. Aber ihre Namen und Fotos befinden sich schon seit den ersten Tagen der Ermittlungen in den Unterlagen. Jetzt werden sie wieder hervorgeholt. Zu der Zeit wusste ich schon, dass die DNA mit der von Pinkerton und Hartzfield übereinstimmte. Als ich die Unterlagen sah, fragte ich, woher haben sie die? Kennen sie das? Das ist er. Das sind die Täter. Wie kann das sein? Pinkerton war nachweislich bis zwei Tage nach den Morden im Gefängnis. Die Unterlagen in Austin sagten, dass er am Tag der Morde noch im Gefängnis war. Aber nur, weil sie mit dem Nachtragen nicht hinterher kamen. In Wahrheit war Pinkerton zwei Tage vor den Morden entlassen worden. Und was ist mit Hartzfields Alibi? Offensichtlich hatten die Prostituierten für ihn gelogen. Die zwei Männer, die an diesem Abend im Restaurant hinter Star Powers in der Schlange standen, waren wohl doch Pinkerton und Hartzfield. Drei Wochen nach den Morden hatten wir sie. Wir ließen sie laufen. Darüber mache ich mir Vorwürfe. Nach all den Jahren. Doch die Ermittler können sich nicht mit der Vergangenheit aufhalten. Sie müssen mit Hilfe der fast 20 Jahre alten Beweise die Grundlage für eine Anklage gegen die beiden schaffen. Sie gehen alle Kartons durch und suchen nach etwas, das auf DNA getestet werden kann, wie die Kleidung der Opfer. Auf Opis Hose waren einige eigenartige diese Entdeckung weckt einen schrecklichen Verdacht. Jetzt scheint klar zu sein, warum O.P. Hughes nicht bei den anderen Opfern gefunden wurde. Irgendwer sagte, sie wurde doch nicht vergewaltigt, oder? Zwei Jahrzehnte sind bereits vergangen, seit die Angestellten eines Restaurants in Kilgore auf einem Ölfeld erschossen wurden. Jetzt kann ein Labor endlich die Antwort darauf geben, was den Ermittlern so lange keine Ruhe ließ. Warum wurden nicht alle Opfer am selben Ort aufgefunden? Der Fleck auf O.P. Hughes Kleidung ist Sperma. Sie wurde von ihrem Mörder vergewaltigt. Aber wessen DNA ist es? Sie war niemandem zuzuordnen, weder Harzfield noch Pinkerton oder Mankins. Sie stammte von keinem von ihnen. Noch nicht mal von dem dritten Mann aus der Akte. Ein Unbekannter. Heute hat die Grand Jury von Russ County die Anklagepunkte vorgelegt. Harzfield und Pinkerton werden wegen bewaffneten Raubüberfalls und fünffachen vorsätzlichen Mordes angeklagt. Weil er nicht zum Tode verurteilt werden möchte, gesteht Pinkerton. Während der Verhandlungen gegen Harzfield kommen die Ereignisse dieser schrecklichen Nacht zu Tage. Im Restaurant fing der Abend an wie immer. 2.000 Dollar, die nicht zur Bank gebracht wurden. Du musst herkommen, Mom. Das ist dein Job. Als die beiden Männer von dem Geld hören, verstecken sie sich bis zum Ladenschluss hinter dem Restaurant. Joey Johnson brachte den Müll zur Hintertür raus. Die Verdächtigen warteten draußen im Auto. Dann haben sie ihn bedroht. und sind mit ihm rein. Joey hat versucht sich zu wehren. Er nahm einen Fritteusenkorb und wollte ihn als Waffe benutzen. Dank Joes mutiger Reaktion konnte später Pinkertons DNA sichergestellt werden. Doch erst nach 20 Jahren verhilft sie den Ermittlern zum Durchbruch in dem Fall. Mary Tyler wurde mit dem Griff einer Pistole gegen den Mund geschlagen. Irgendwie verletzt sich Harzfield ebenfalls und hinterlässt seinen genetischen Fingerabdruck am Tatort. Steh auf! Kein Mucks! Wo ist das Geld? Da war kein Geld! Wo ist das Geld? Es ist hinten! Es ist hinten! Ihr haltet das Maul, verstanden? Eine Blutspur führte ins Büro. Dort stand ein Aktenschrank offen. Gib mir das Geld! Na los! Geh! Geh! Los! Sie brachten sie zum Auto los rein da und nahmen sie mit. Monty, Joey, David, Opie und Mary werden 20 Kilometer vor die Stadt gebracht. Sie dachten wahrscheinlich, dass sie irgendwo rausgelassen werden und das war's dann. Als wir wussten, dass Sperma auf ihrer Hose war, ergab der Fundort von Opie Sinn. Es war klar, warum sie woanders lag als die anderen. Fürchterlich. Auf die Knie! Runter sofort! Auf die Knie, hab ich gesagt! Ich glaube nicht, dass einer der fünf dacht, er würde in dieser Nacht sterben. sie dachten, sie würden wieder aufstehen. Und dann schossen sie. mehr als 25 Jahre nach den Morden werden Pinkerton und Harzfield zu je fünfmal lebenslängig verurteilt. Keiner von beiden hat je den Namen des dritten Täters preisgegeben, demjenigen, der Opie Hughes vergewaltigt hat. Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Ich weiß, wie die ticken. Die Tatsache, dass sie ihn nicht verraten wollten, beweist für mich zwei Sachen. Erstens, lebt der Täter noch? Zweitens, er ist mit ihnen verwandt. Die Geschichte des Massakers von Kilgore ist noch lange nicht abgeschlossen. Nicht für die Menschen, die die fünf Opfer kannten. Ich denke jeden Tag an den Fall. Jeden Tag. Für meine Mutter war es sehr schwer. Sie standen sich sehr nahe. Sie hat ihre Leichtigkeit verloren und war nie wieder so fröhlich wie vorher. Es reißt ein Loch in die Seele, das nur die Zeit und Gott heilen können. Niemand hat so etwas verdient. Ich verbüße lebenslänglich. Mein Bruder wird nie seine Geschichte erzählen können. Und wir haben 35 Jahre darauf gewartet. Er hat es verdient, dass man sich an ihn erinnert. Das haben sie alle. In einer kleinen Stadt in Ohio wird eine alte Frau zu Tode geprügelt. Kaltblütig. Es war ein ganz abscheuliches Verbrechen. Sehr brutal. Einzige Zeugin ist die Enkeltochter des Opfers. Sie hatte einen großen Bluterguss auf der Wange. Würgemahle am Hals und war von oben bis unten mit Blut beschmiert. Die Leute waren erschüttert. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf den Onkel des Mädchens. Aber hat er das Verbrechen wirklich begangen? Ich sage es euch ganz deutlich. Ihr macht einen Riesenfehler. Nur die Gerichtsmedizin kann den wahren Mörder überführen. Er war es nicht. Die sechsjährige Brooks Sutton wird wach und muss erleben, wie ein Albtraum grausame Wirklichkeit wird. Ihre Großmutter Judy Johnson wurde Opfer eines grausamen Überfalls. Da die Großmutter nicht wieder aufwacht, läuft Brooke zu den Nachbarn, um Hilfe zu holen. Irgendwer hat Grandma was Schlimmes getan. Du musst ganz dringend meine Mama holen. Die Nachbarin fährt das Kind zu den Eltern, die gut anderthalb Kilometer entfernt wohnen. David Sutton, Judys Schwiegersohn, ist beim Anblick seiner Tochter zunächst wie gelähmt. Brooke hämmerte an die Tür. Ich ging also runter, machte auf und Brooke stand da, von Kopf bis Fuß mit Blut beschmiert. Sie stand vor meiner Tür und wollte zu ihrer Mama. Auch Brooks Mutter April bleibt der entsetzliche Anblick nicht erspart. Sie hatte das rosafarbene Nachthemd meiner Mutter an und das war voller Blut. Ich fragte, was denn Schlimmes passiert sei und sie erzählte, dass meine Mutter tot ist und vor ihrem Sofa liegt. Ich habe gefragt, bist du sicher? Und sie sagte, ja, sie war sich ganz sicher. Jemand hat Grant mal wehgetan. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich habe ich gehofft, dass Judy nur verletzt ist. Ich habe nicht geglaubt, dass sie wirklich tot ist. Ich war mal Krankenpfleger und habe mir gedacht, vielleicht ist sie verletzt und ich kann ihr helfen. Ich habe einfach nur das Beste gehofft. Judy lag im Wohnzimmer, gleich hinter der Tür, mit dem Gesicht nach unten und überall war Blut. Ich prüfte sofort den Puls, aber sie hatte keinen. Ich schüttelte sie, rief ihren Namen, Mom. Ich wollte sie reanimieren, aber als ich sie bewegte, merkte ich, dass die Totenstarre schon eingesetzt hatte. Ich konnte nichts mehr für sie tun. Ich griff nach dem Telefon, habe den Notruf gewählt und gesagt, dass ich im Haus meiner Schwiegermutter bin und dass sie tot ist. Nur wenige Minuten später trifft die Polizei ein. Offensichtlich ist Judy Johnson brutal erschlagen worden. Doch von der Mordwaffe keine Spur. Fenster und Türen sind unbeschädigt. Entweder war die Haustür nicht verschlossen oder die alte Dame hat ihren Mörder selbst hereingelassen. Möglicherweise kannte sie ihn sogar. Judys Enkelin Brook wird vorsorglich ins Barberton Citizens Hospital gebracht. Sie musste das Verbrechen mit ansehen. Doch sie ist nicht nur Zeugin, sie ist auch Opfer. sie hatte eine sehr sehr schlimme Verletzung in Form einer Mondsichel und überall Blutergüsse an den Armen und Beinen. Brook erinnert sich lediglich daran, dass ihr jemand ins Gesicht schlug. Doch das ist längst nicht alles. Bevor sie dahein gehen, es gibt noch etwas, das ich ihnen sage. Sie sagten uns, dass sie vergewaltigt und anal missbraucht worden ist. So furchtbar habe ich mich in meinem ganzen Leben nicht gefühlt. Das kann man nicht beschreiben. Ich wäre fast ohnmächtig geworden. Alles ist besser, als ein Kinderschänder zu sein. Das ist doch wohl das mieseste, was man in Gottes Augen tun kann. Die Eltern sind einverstanden, ihre Tochter auf mögliche Beweisspuren wie Haare oder Sperma untersuchen zu lassen. Wer hat dir das angetan? Clarence. Welcher Clarence? Onkel Clarence. Die Sartans können kaum glauben, dass ihre Tochter Aprils Schwager mit dem Verbrechen in Verbindung bringt. Sie sagte, Onkel Clarence habe Grandma was angetan. Als ich fragte, was meinst du mit was angetan, sagte sie, Onkel Clarence hat Grandma getötet. Ich musste ihr doch glauben. Sie war ja dabei, ich nicht. Und sie ist meine Tochter, also glaube ich, was sie erzählt. Ich war außer mir. Ich habe den Polizisten sogar gebeten, Clarence zu erschießen. Voller Verzweiflung und Wut erzählt David Sutton den Beamten, wo sein Schwager zu finden ist. Diese machen sich unverzüglich auf den Weg zum Haus der Elkins, das gut 60 Kilometer außerhalb der Stadt liegt. Melinda Elkins ist die Schwester von April Sutton. Sie ist mit Clarence Elkins verheiratet. Und schon bald wird ihr die schlimmste Nachricht ihres Lebens überbracht. Clarence hörte einen Wagen, die Auffahrt hinaufrasen. Er ging durch die Hintertür hinaus und er sah ziemlich verwundert aus. Dann kamen auch schon die Polizisten mit Spezialausrüstung aus dem Wald gestürmt. Ein Polizist kam durch die Vordertür. Das ging ja alles so furchtbar schnell. Er hat mir jede Menge Fragen gestellt, ganz seltsame Fragen. Wann haben Sie ihre Mutter zum letzten Mal gesehen? Du bist in einer so verrückten Situation. Du kapierst überhaupt nicht, was los ist. Und dann sagte jemand auf einmal, die Polizei von Barbarton hätte einen Anruf erhalten. Eine gewisse Judy Johnson wurde in ihrem Haus niedergestochen. Und ihre Enkelin wurde auch angegriffen. Die Enkelin sagt, dass es ihr Onkel Clarence war. Das hat er alles in einem Satz Fest mal richtig sortieren. Und ich habe gefragt, geht es meiner Mutter gut? Nein, hat er gesagt. Sie wurde ermordet. Fassungslos muss Melinda Elkins mit ansehen, wie ihr Ehemann abgeführt wird. Ganz plötzlich gerät ihre Welt völlig aus den Fugen. Clarence Elkins wird verhaftet und auf die Polizeiwache in Barbarton gebracht. Er wird verdächtig, Judy Johnson ermordet und Brooke Sutton vergewaltigt zu haben. Als Judy Johnson im Juni 1998 ermordet wurde, war das für die Einwohner von Barbarton eine wirklich schlimme Sache. Bis heute schließen viele Leute hier ihre Haustüren nicht ab. Aber weil das so ein schreckliches Verbrechen war, so unglaublich brutal, waren die Menschen schockiert. Das hat ihr ganzes Weltbild erschüttert. der Verdächtige beteuert seine Unschuld. Doch erst einmal konzentriert sich die Polizei auf die Opfer. Judy Johnson hatte ein hartes Leben, bis sie auf so tragische Weise zu Tode kam. Meine Mutter war dreimal verheiratet. Mal hatte sie eine Beziehung und dann wieder nicht. Zwei Jahre war sie sogar blind, das Ergebnis häuslicher Gewalt, aber trotz allem war sie ein fröhlicher Mensch. Als meine Mutter Großmutter wurde, war sie überglücklich. Man konnte ihr deutlich ansehen, wie unglaublich stolz sie war. Judy und Brooke sehen sich regelmäßig ihre Lieblingssendungen im Fernsehen an. Die Enkelin bleibt dann meist über Nacht. Doch diese schöne Gewohnheit findet auf brutale Weise ein jähes Ende. Stück für Stück rekonstruieren die Ermittler die furchtbaren Ereignisse der vergangenen Nacht. Die Leichenstarre des Opfers lässt darauf schließen, dass der Tod zwischen 2.30 und 5.30 eintrat. Judys Schädel ist zertrümmert, zwei Wirbel sind etliche Rippen und das rechte Schlüsselbein gebrochen. Zahllose Schläge auf Kopf, Brustkorb und ins Genick sind die Todesursache. Die Art der Verletzungen weist auf einen stumpfen Gegenstand, wie zum Beispiel ein Brecheisen oder ein Bleirohr als Tatwaffe hin. Überall im Haus finden sich Kampfspruchen. Blutspritze an den Wänden, an der Decke, in der Küche und vor dem Zimmer, in dem Brook übernachtet hat. Sie belegen, dass Judy Johnson erbittert Widerstand leistete, bevor der Angreifer sie schließlich vor dem Sofa überwältigte. Von Judys Fingernägeln sind mehrere abgebrochen und an ihrem Schmuck werden Haare sichergestellt. Sie hat deutliche Abwehrverletzungen an Händen und Armen. Sie hat gekämpft wie eine Löwe. Tapfere alte Dame. Aber mit einer Größe von 1,55 und 54 Kilo Gewicht war Judy ihrem Mörder hoffnungslos unterlegen. Ihre Unterwäsche ist heruntergezogen. Offensichtlich wurde sie vergewaltigt. Um mögliche Rückstände eines männlichen DNA-Profils sicherzustellen, werden ein Vaginalabstrich sowie weitere forensische Spuren im Labor untersucht. In die Kamera schauen. Dach links drehen. Die Zeugenaussage der kleinen Brooke hat zur Folge, dass sich die Ermittler auf einen einzigen Hauptverdächtigen konzentrieren, Clarence Elkins. Er wird von Kopf bis Fuß untersucht, um Haare des Opfers, Blut oder anderes belastendes Beweismaterial sicherzustellen. Die Ermittler nehmen Fingerabdrücke, lassen sein Haar und seine Kleidung im Labor überprüfen. Auch eine Speichelprobe wird genommen. Dann werden sein Auto sowie seine Wohnung Millimeter für Millimeter durchsucht. Der Verdacht erhärtet sich, als die Ermittler eine blutbefleckte Jeans in seinem Schlafzimmer finden. Die ganze Familie steht unter Schock. Niemand hätte für möglich gehalten, dass Clarence Elkins zu einer solchen Gewalttat fähig ist. Ich kenne Clarence seit meinem achten Lebensjahr. Er war für mich immer wie ein Bruder. Kein Schwager, sondern ein richtiger Bruder. Allein die Vorstellung, dass er mit der Sache was zu tun haben könnte, hat mir fast das Herz gebrochen. Ich habe gefragt Brooke bist du sicher und sie ja Dad Onkel Clarence hat Grandma getötet. Ich habe eine ganze Weile darüber nachgedacht. War Clarence der Täter? Weiß Brooke ganz sicher wen sie gesehen hat. Aber ich muss ihr doch glauben sie ist meine Tochter. Das Wort eines Kindes zählt einfach mehr als das Wort eines anderen. Das Verhör beginnt. Die Ermittler befragen den Mann, der ihrer ist. Clarence Lass Sie uns über gestern Abend sprechen. Wo war Clarence gestern Abend? Etwa zur selben Zeit wird auch Elkins Ehefrau Melinda befragt. Wo waren Sie? Was haben Sie gemacht und wer ist bei Ihnen gewesen? Ich hatte ein paar Dinge draußen auf unserem Hof zu erledigen. Hab zu Haus ein paar Bier getrunken und später bin ich schätze mal so gegen 23 Uhr da habe ich noch was getrunken aber nicht viel und gegen Mitternacht oder so ist dann meine Frau Melinda dort aufgetaucht Ich sah ihn in der Theke sitzen ging hin und hab auch was getrunken aber ich konnte nicht lange bleiben weil unser jüngster Sohn krank war Melinda fuhr wieder nach Hause ich habe weiter getrunken noch ein paar bars abgeklappert und war gegen halb drei zu Haus Ich habe gehört wie er heim kam aber wir haben kein Wort miteinander gewechselt er ist nur vorbeigestolpert und fiel gleich ins Bett Dann bin ich ins Bett gegangen Als ich aufwachte wurde ich auch schon verhaftet Elkins Zechkumpan allerdings erzählt eine etwas andere Geschichte Er behauptet dass Clarence Elkins sich betrank Würden Sie sagen dass er wütend war Ja das war er ganz sicher Und worauf war er wütend? Auf alle Frauen in seinem Leben hat er jedenfalls gesagt Der Zeuge sagt aus dass es nach Melindas Ankunft zu einem heftigen Streit kam Du hängst dir den ganzen Abend rum Warum hast du nicht einfach ab du alte Schlampe Was hast du gesagt Was hast du gesagt Die Ermittler befragen weitere Zeugen und die berichten von Clarence Elkins Jähzong von seiner zerrütteten Ehe und von seinem Hass auf die Schwiegermutter Die Ermittlungsbeamten haben sehr schnell jede Menge Informationen über das Verhältnis zwischen Clarence Melinda und Judy zusammengetragen und daraus ein Motiv abgeleitet Mitten am Tag und du bist schon betrunken Noch ein Wort und ich nehme die Gläser und stopfe dir damit das Maul Freunde von Judy Johnson sagten aus sie habe ihnen gegenüber geäußert sie hätte Angst vor Clarence Rühr mich ja nicht an Und misch du dich nicht in meine Familien Angelegenheiten ein du alte Schlampe Das reicht Halt Maul April Judy hatte diesen Freunden gesagt dass die Clarence nichts mehr zu tun haben wollen sie wollte keinen Kontakt mehr zu ihm und dachte dass die Ehe ihrer Tochter ein Riesenfehler war Judy hat Clarence gehasst und Clarence hat sie ganz genauso gehasst Ich gehe davon aus dass dieser Umstand allen Beteiligten klar war Clarence Elkins kommt vor Gericht Die Anklage lautet vorsätzlicher Mord und Vergewaltigung Die Staatsanwaltschaft fordert die Elkins beteuert seine Unschuld doch seine Verwandten haben ihr Urteil bereits gefällt und zwei Schwestern haben sich endgültig entzweit Ich habe wirklich geglaubt dass es Clarence war also war ich bereit alles zu tun damit der Kerl ins Gefängnis kommt eigentlich wollte ich die Todesstrafe ich sagte ich sag's euch ganz deutlich ihr macht einen Riesenfehler er war's nicht klar ich war überrascht dass sie zu Clarence hielt der Staatsanwalt eröffnet die Beweisaufnahme Zeugenaussagen sollen belegen dass Elkins am 6. Juni 1998 den ganzen Tag über exzessiv getrunken hat nach einem Streit mit seiner Frau zieht er durch mehrere Bars bevor er gegen 2.30 betrunken und wütend nach Hause zurückkehrt Seiner Frau macht er weiß dass er ins Bett geht doch in Wahrheit wartet er bis Melinda eingeschlafen ist schnappt sich den Schlüssel zu Judy Johnsons Haus und fährt die rund 60 Kilometer nach Barbeton Er hat einen stumpfen Gegenstand als Waffe mitgebracht Mit dem Schlüssel seiner Frau gelangt er in Judys Haus und rechnet dann ein für allemal mit der verhassten Schwiegermutter ab Als sie wehrlos am Boden liegt wird Judy von Elkins vergewaltigt Vermutlich weiß er nicht dass eine sechsjährige Nichte im Haus übernachtet Als sie ihn entdeckt ist Elkins klar dass er sie nicht am Leben lassen kann Er greift sich die hilflose Brooke missbraucht auch sie und hält sie für tot als er geht Clarence Elkins macht auf die Geschworenen einen denkbar schlechten Eindruck während der Verhandlung schadete er sich selbst am meisten an jedem Verhandlungstag betrat er den Saal und starrte jeden im Raum böse an war das der Zorn eines zu Unrecht beschuldigten oder ein Hinweis auf jene Wut zu der er unter Alkoholeinfluss fähig war eine Wut die man ihm absolut zutraute damals habe ich gedacht was muss dieser Kerl für ein Monster sein Er Etliche Zeugen werden aufgerufen doch die bei weitem wichtigste Zeugin ist die kleine Brooke Sutton aus Sicht der Staatsanwaltschaft ist sie der Dreh- und Angelpunkt in diesem Fall Kannst du mir sagen was letztes Jahr in der Nacht des 6. Juni passiert ist Ich habe Geräusche gehört Leute haben rumgeschrien Sie hat in ganz knappen Sätzen gesprochen Und was ist dann passiert Ich bin aufgestanden Ich habe ins Zimmer geschaut und da einen Mann gesehen Keine Spur von kindlichem Geplapper Ihr wurde eine Frage gestellt Sie hat kurz nachgedacht und dann geantwortet Und wen hast du da gesehen Meinen Onkel Clarence Siehst du ihn hier irgendwo Danke Keine weiteren Fragen In erster Linie war sie als Zeugin so glaubhaft weil ihre Aussage so eindeutig war Im Zimmer war es dunkel Du hattest sicher Angst wegen des Geschreis Vielleicht hast du ja jemanden gesehen den du für deinen Onkel gehalten hast einen ganz anderen Mann Nein es war mein Onkel Clarence Die Verteidigung versucht Brooks Aussage zu erschüttern doch das Mädchen bleibt standhaft Dann spielen die Verteidiger ihren stärksten Trumpf aus Es gibt nicht einen kriminaltechnischen Beweis der Clarence Elkins Aufenthalt am Tatort legt Wie das Labor bestätigt wurde bei keinem der beiden Vergewaltigungs Opfer seine DNA nachgewiesen Und das ist nicht alles Am Tatort fand man fremde Haare auf meiner Mutter Die Verteidigung hatte sie untersuchen lassen und sie stammten eindeutig nicht von Des Weiteren konnte keinerlei belastendes Beweismaterial an ihm selbst in seinem Haus oder in seinem Wagen gesichert werden Das Blut aus seiner Jeans war sein eigenes Die Staatsanwaltschaft hielt das für irrelevant Die hatten ja ihre Augenzeugin und die sagte Clarence war's Ende aus Eine ganz schwache Nummer aber so lief die Verhandlung Melinda Elkins gibt ihrem Mann für die Mordnacht ein Alibi und sie verbirgt sich für seinen guten Charakter sie sagt aus dass er keinesfalls so gewalttätig sei wie es vor Gericht dargestellt wurde doch das spielt überhaupt keine Rolle Ich Ich fragte den Anwalt was glauben sie wie stehen unsere Chancen und er sagte es kommt darauf an ob sie dem kleinen Mädchen glauben da wusste ich das kann gar nicht gut ausgehen schweige den hören was ich zu sagen hatte ich fühlte mich ziemlich allein gelassen mit der ganzen Sache ich werde dich hier rausholen scheinbar ohne jede Erfolgsaussicht nimmt die Hausfrau aus Barberton die Herausforderung an ihren Mann aus dem Gefängnis zu befreien und den wahren Mörder ihrer Mutter hinter Gitter zu bringen drei Jahre vergehen und Clarence Elkins sitzt noch immer im Gefängnis schließlich wendet sich Melinda an Martin Jant einen Privatdetektiv der auf Fehlurteile spezialisiert ist Als erstes sehe ich mir immer genau die Beweislage und die Fakten an In diesem Fall hatte ich dabei das Gefühl dass es erschreckend viele Beweismittel gab die einfach ignoriert wurden Jant bittet den Forensik Spezialisten Michael Sinky um Unterstützung Wann immer Menschen ein Verbrechen begeben sie sich in ein Haus oder eine Situation und dort hinterlassen sie irgendeine Spur die sie mit der Tat in Verbindung bringt Nach Durchsicht der Polizei Akten zum Mordfall Jody Johnson kommen Jant und Sinky zu dem Schluss das von Anfang an schlampig ermittelt wurde Die Spurensicherung war unübersehbar lückenhaft Sie hatten zwar vieles eingesammelt womit der Verdächtige in Kontakt gekommen sein konnte aber auch verborgene Fingerabdrücke wurden diese Gegenstände soweit ich weiß nie untersucht In der Gerichtsmedizin wurden Hautreste unter Judy Johnsons Fingernägeln sichergestellt aber nie überprüft Meiner Meinung nach wurden die Blutspuren nicht ausreichend dokumentiert denn Blut fand man in mehreren Räumen Mir wurde klar dass etliche Beweise ignoriert worden waren Beweise die vielleicht in eine andere Richtung gedeutet hätten Ohne einen handfesten Beweis kann man keinem eine zweifache Vergewaltigung unterstellen Jent und Sinki stellen fest dass keines der überprüften Beweismittel auf Elkins deutet Die Ermittler hatten eine vorgefasste Meinung und das ist immer gefährlich für Polizisten genauso wie für die Staatsanwaltschaft Du bist der festen Überzeugung dass es nur dieser eine Kerl gewesen sein kann und du konzentrierst dich ausschließlich auf diese Person bis du nicht mehr erkennst worauf die Beweise eigentlich hindeuten allein der Nachweis dass schlampig ermittelt wurde hilft im Fall Elkins jedoch nicht weiter angesichts der Beweislage habe ich beschlossen auf weitere DNA Analysen zu drängen und da das Gericht keine Anstalten machte diese anzuordnen kam ich auf die Idee eigene DNA Proben einzusammeln das haben wir dann auch gemacht das Team sucht das Grundstück ab auf dem Judy Johnsons Haus steht vielleicht haben die Beamten drei Jahre zuvor eine Spur übersehen in einem Gebüsch hinter dem Haus machen die privaten Ermittler einen grausigen Fund in den Büschen lagen die Überreste einer Katze meine Mutter hatte eine Katze die nach ihrem Tod aber nicht gefunden wurde offensichtlich wurde Judys Katze mit einer Lichterkette für Weihnachtsbäume stranguliert da war noch eine Schraubzwinge die unter der Katze lag die Schraubzwinge ist ein Schreinerwerkzeug und vielleicht die Waffe mit der Brooke verletzt wurde da lagen wichtige Beweisstücke die man total übersehen hatte eine genaue Analyse der Fotos von Brookes Gesichtsverletzungen belegt dass ihre sichelförmige Wunde tatsächlich vom Schlag mit einer Schraubzwinge herrührt doch trotz dieser Erkenntnis und weiterer Funde sind die Behörden nicht auf Wiederaufnahme des Falls interessiert Melinda wird klar will sie ihren Mann aus dem Gefängnis holen muss sie selbst den wahren Mörder finden sie erstellt eine Liste mit potenziellen Verdächtigen ich zu ihr gehabt hatten ja und dann wollte ich mir die Namen vornehmen und nach einem kriminellen Hintergrund forschen ich wusste dass alles von der DNA abhängt mit Hilfe ihrer Lieblings Fernsehserie absolviert Melinda einen Crashkurs in Forensik ich habe mir jede Folge von Medical Detectives angesehen und dabei alle nützlichen Hinweise notiert wie auf welchen Materialien finde ich überhaupt DNA wie sammle ich die Proben wie bewahre ich sie am sichersten auf kein Mensch ist in der Lage den perfekten Mord zu begehen Melinda flirtet mit ihren Verdächtigen und sammelt alles ein was ich für einen DNA Test eignen könnte ich stöberte die Kerle auf habe ein bisschen mit ihnen geplaudert und wenn einer nur eine Sekunde nicht genau hinsah hatte ich wenn ein anderer kurz mal aufs Klo ging und sein Bier fast leer war nahm ich die Flasche sorgfältig sammelt und katalogisiert Melinda Dutzende von Proben doch es gibt ein Problem ich habe mich nie gefragt wo lasse ich die Proben eigentlich auswerten und wie komme ich an einen Abgleich mit den Beweisstücken vom Tatort da habe ich nie drüber nachgedacht ich wusste nur wer wie wir die Analyse aus eigener Tasche zahlt für den stellt sich natürlich die kosten frage dna tests sind nämlich sehr teuer die anwaltskosten für ihren mann waren hoch melinda ist pleite die gen analysen würden abermals tausende von dollar verschlingen das kann sie sich nicht leisten die forensik muss also warten melinda und jant konzentrieren sich auf ein anderes ziel brook ich sagte er sagte es ist an der zeit dass sie mit ihrer schwester sprechen und ihr von den beweisen erzählen die wir haben zumindest sollten wir versuchen ihr begreiflich zu machen dass es vielleicht doch jemand anderer war ich war so nervös die schwestern haben seit dreieinhalb jahren nicht miteinander gesprochen ich hätte nie gedacht dass wir je wieder ein Wort miteinander wechseln wir umarmten uns lange bestimmt zehn minuten und ich wusste jetzt ist es soweit endlich können wir uns zusammensetzen und reden für brook war das eine schwierige situation denn sie wusste nicht so recht wie sie damit umgehen soll aber als wir uns umarmten war es als ob der ganze schmerz von uns abfallen würde als jant gelegenheit hat mit brook zu sprechen macht sie ihm gegenüber ein erstaunliches geständnis also brook gehen wir das nochmal durch ich glaube ich bin mir nie ganz sicher gewesen ich fragte bist du dir immer noch ganz sicher dass es onkel clarence war und sie sagte sie sei sich nie ganz sicher gewesen mir fiel die kinnlade runter das hatte ich nicht erwartet brook sagte sie habe diese zweifel auch geäußert sei aber immer wieder vom staatsanwalter zu ermuntert worden bei ihrer geschichte zu bleiben sie hätte sich bestimmt nicht geirrt und jetzt sagte sie ohne zu zögern vielleicht habe ich einen Fehler gemacht im Jahr 2002 widerruft brook offiziell die zeugenaussage drückender neuer beweise sind weder die polizei noch die gerichte an einer wiederaufnahme des falls interessiert clarence elkins bleibt hinter gittern vier weitere jahre es war wie bei david und goliath wie soll ich seine unschuld beweisen wenn mir jede tür direkt vor der nase zugeknallt wird aber melinda gibt nicht auf mit hilfe ihrer familie ihrer freunde und der medien sammelt sie mehr als 40.000 us dollar endlich können die dna proben die sie gesammelt hat überprüft werden es gibt sogar eine neue vielversprechende spur ein mann aus der stadt ryle rush ich fragte eine freundin meiner mutter nach dem kerl und die sagte oh der hat echt für deine mutter geschwärmt darf ich vielleicht eine neue runde bestellen wein hey zwei glas wein meine mutter hatte gesagt dass er viel zu jung sei und sie alt genug um seine mutter zu sein das reicht besser sie gehen jetzt und suchen sich ein mädchen in ihrem alter mir kam sofort der gedanke vielleicht hat er sich zurückgestoßen gefühlt und vielleicht wollte er sie bestrafen weil sie ihn abgewiesen hatte er sah Clarence sehr ähnlich außerdem hat er nach aussage seiner freunde und ein paar andere leute direkt nach dem mord eine schramme im gesicht wie jant erfährt ist rush bekannt dafür gewalttätig zu sein zur verteidigung trägt er stets einen abgesäckten billiard kö bei sich das könnte die mordwaffe sein all das macht ihn in unseren augen zu einem verdächtigen jant zeigt Brooke ein Foto von Rush kennst zu diesem Mann das ist er ich erinnere mich an seine Augen das Mädchen identifiziert den Mann als den wahren angreifer als das Gerücht die runde macht und der öffentliche Druck wächst gibt Rush freiwillig eine Speichelprobe bei der Polizei ab das Geld für die genetischen Vergleichstests hat Melinda Elkins beisammen nun braucht sie noch einen hervorragenden Rechtsexperten sie nimmt Kontakt zu Mark Gottsey auf Leiter des Ohio Innocence Projekts an der Universität von Cincinnati er ist bekannt für seine Erfolge im Kampf gegen Fehlurteile ich war in meinem Büro als Melinda das erste Mal anrief sie war ruhig und sachlich und kannte sämtliche Fakten sie hat mich sofort auf DNA Tests angesprochen auf eine Weise die ich von den Angehörigen anderer Häftlinge nicht kannte es war als würde ich mit einem Anwalt oder Ermittler reden Gottsey übernimmt den Fall er sagte dass er gleich am nächsten Tag zwei Studenten mit dem Fall betrauen würde die würden sofort mit den Recherchen beginnen mir wurde schnell klar dass DNA Tests in diesem Fall unverzichtbar waren es gab überaus wichtige Beweisstücke wie etwa die Unterwäsche des Opfers Hautreste unter den Fingernägeln Vaginalabstriche die waren 1998 zwar untersucht worden allerdings mit dem Ergebnis dass keine DNA festgestellt werden konnte heute sind die technischen Möglichkeiten deutlich besser wir haben schon in vielen Fällen beweiskräftiges DNA Material gefunden wo früher nichts zu finden war die Forensik Experten untersuchen die Vaginalabstriche von Judy Johnson die Rückstände unter ihren Fingernägeln und die DNA an Brooks Kleidung diese Proben werden mit den genetischen Fingerabdrücken von Ryle Rush und Clarence Elkins verglichen die Auswertung der DNA Tests ergab dass am Auf die gute Nachricht folgt allerdings schon bald eine schlechte die DNA vom Tatort passt ebenso wenig zu Ryle Rush Melindas Hauptverdächtiger ist nicht der Mörder Die Staatsanwälte sahen alle Vorbehalte mir gegenüber bestätigt über die Medien verbreiteten sie ich wäre verrückt Im Jahr 2005 wird ein Wiederaufnahmeverfahren im Fall Clarence Elkins erneut abgelehnt Sie haben den Antrag abgelehnt ich weiß nicht was ich sagen soll ich war so wütend ich konnte es einfach nicht glauben die DNA passte nicht zu Clarence das hieß doch dass es ein anderer gewesen sein musste Melinda Elkins ist mit ihrem Latein am Ende doch die Lage ändert sich als sie auf der Titelseite einer Tageszeitung ein Artikel ins Auge fällt ich weiß wer es war wovon sprichst du denn der Artikel berichtet von einem verurteilten Kinderschänder sein Name Earl Mann doch in erster Linie ist es der Name seiner Freundin der ihn zum neuen Verdächtigen macht dieser Artikel stand auf der Titelseite und ihr Name sprang mir sofort ins Auge kannst du dich an Tonia Brazel erinnern klar sie war eine Nachbarin meiner Mutter genau die Nachbarin die Brooke am Morgen nach dem Mord zu ihren Eltern brachte irgendwer hat was Schlimmes getan du musst ganz dringend meine Mama Melinda und Jant überprüfen die Zeugenaussage der Nachbarin dabei fällt ihnen auf dass ihr Benehmen an jenem schrecklichen Tag äußerst merkwürdig war sie hat weder die Polizei gerufen noch meinen Nichte hereingebeten sie rief auch keinen Krankenwagen eine Viertel Stunde hat sie das Kind auf der Veranda warten lassen Melinda vermutet dass die lange Wartezeit zustande kam weil die Frau ihren Freund schützen wollte Melinda hat man nun endgültig in Verdacht der wahre Mörder ihrer Mutter zu sein Melinda durchleuchtet Earl Mans kriminelle Vergangenheit eine lange Liste sexuelle sexuelle Übergriffe auf Kinder Gewalttätigkeiten gegen Kinder wie auch gegen Erwachsene all das führt sie zu dem Schluss dass sehr wahrscheinlich er es war der ihre Mutter und ihre Nichte überfiel sie erfährt dass er sich zum Tat Zeitpunkt in der Gegend auffiel erst ein paar Tage zuvor war er aus dem offenen Vollzug geflüchtet doch zu Melindas großen Bedauern verbüßt der Verdächtige gerade eine längere Strafe für ein anderes Verbrechen in einer Strafanstalt des Bundesstaates Ohio Melinda braucht eine DNA Probe von Erl Mann doch wie soll sie die bekommen lieber Erl du kennst mich nicht aber ich habe dein Bild in der Zeitung gesehen und da dachte ich ich schreib dir mal ich habe ihm Briefe geschrieben weil ich ja an seine DNA kommen wollte ich habe ihm unter falschem Namen geschrieben und angeboten dass ich ihm Geld schicke weil ich eine innere Verbindung zu ihm spüre es war ziemlich eklig diese Briefe zu schreiben aber jedes Mal steckte ich einen frankierten Rückumschlag mit rein den er einfach nur anlecken zukleben und zurückschicken musste Mann erhält mehr als ein Dutzend dieser Briefe er geht nicht in die Falle doch dann hat Melinda unglaubliches Glück von Gefängnis zu Gefängnis bin ich an ihm drangeblieben und als ich eines Tages im Internet die Liste der Häftlinge in Ohio durchsehe sitzt er im selben Gefängnis wie Clarence sowas ist entweder ein Wunder oder einfach nur Wunschdenken wie hoch stehen schon die Chancen dass er unter all den Vollzug Anstalten in Ohio ausgerechnet im selben Gefängnis wie Clarence landet Clarence Elkins verschwendet keine Zeit bei der erstbesten Gelegenheit schnappt er sich eine von Manns Zigaretten kippen das war wirklich ein Wunder schon zwei Tage später wurde Mann in ein anderes Gefängnis verlegt weil er einen Mithäftling angegriffen hatte das war tatsächlich die einzige Chance jemals eine DNA Probe von ihm zu kriegen Melinda hatte eine Menge Glück Glück das nun durch die Kriminaltechnik abgesichert werden muss Clarence Elkins letzte Hoffnung ist eine Zigaretten Kippe die achtlos weggeworfen wurde er schickt das Beweisstück an seine Frau die es sofort ans Labor weiterleitet Erlmanns DNA kann tatsächlich auf der Zigarette nachgewiesen und mit der DNA vom Tatort verglichen werden dabei kommt eine neue Technik zum Einsatz etwa ab 2002 gab es ein neues Verfahren die sogenannte STR Technik damit wird das Y-Chromosom ausgewertet der Test ist deshalb so viel besser und genauer weil nur Männer ein Y-Chromosom haben Der Test bestätigt dass Mans Y-Chromosom exakt zum männlichen DNA Profil passt das 1998 am Tatort sichergestellt wurde Sein väterliches SGA Profil war sehr selten In mehr als 4000 Untersuchungen war es noch nie aufgetaucht Die Staatsanwaltschaft schaltet jedoch auf Stur und beruft sich darauf das Verfahren sei unzuverlässig Also bittet Gorsi die Kriminaltechniker darum den Test zu verfeinern Mans mütterlicher DNA Strang wird mit der Tatort Probe verglichen und wieder ein Volltreffer Wir konnten auch seinen mütterlichen Strang in den Tatort Proben nachweisen Wir hatten sein mitochondriales Profil am Tatort Nun liegt die Wahrscheinlichkeit dass die DNA des Täters nicht mit der von Earl Mann übereinstimmt bei 19 Millionen zu 1 Das FBI hielt das für eine beweiskräftige Übereinstimmung Es stellt sich heraus dass Brooke Sutton manchmal mit den Kindern von Earl Manns Freundin gespielt hat Mann könnte ihr also begegnet sein und sie als Opfer ausgewählt haben Als Kinderschänder und Gewalttäter hatte er ein Motiv und als jemand der sich in Judy Johnsons unmittelbarer Nachbarschaft versteckt hielt hatte er die Gelegenheit Vielleicht hatte Judy die Tür offen gelassen Vielleicht hatte es Mann auf Brooke abgesehen Vielleicht auch auf Judy Wie auch immer beide fielen seiner Grausamkeit zum Opfer Angesichts der Beweise für Clarence Unschuld wächst der Druck der Öffentlichkeit Nun schaltet sich der General Staatsanwalt ein In dieser Behörde glauben wir an die DNA Wenn der DNA Beweis den wir heute haben zum Zeitpunkt der Verhandlung bereits vorgelegen hätte kann ich gesetzt Wir Wir wollten am folgenden Tag eine Pressekonferenz abhalten um für Clarence die Freilassung zu fordern und fünf oder zehn Minuten bevor wir mit dem General Staatsanwalt vor die Presse treten wollten kommt die Nachricht dass die Staatsanwaltschaft von Summit County die Anklage gegen Clarence in allen Punkten fallen gelassen hat und dass er noch am selben Tag entlassen wird Ja ich bin zu Hast du Lust nach Hause zu kommen Ja hab ich Dann pack deine Sachen Wir holen dich ab und zwar sofort Das war einfach ich meine wir haben es geschafft wir haben gesiegt das war einfach fantastisch Der Mann der nur durch eine winzige Änderung im Urteil der Todesstrafe entging ist frei Es hat sich wie einen Sieg angefühlt Der erste Teil meiner Aufgabe war damit geschafft Siebeneinhalb Jahre hatte ich unermüdlich gekämpft Und ich hab mich so sehr für Clarence gefreut Dass meine Kinder unsere Söhne erleben durften wie ihr Vater das Gefängnis als freier Mann verließ Damals dachten alle Okay er ist draußen Das ist das Ende Das war's Aber das stimmt nicht Denn der Mensch der dieses Verbrechen begangen hat wurde noch immer nicht bestraft Im Juni 2007 wurde Earl Mann des Mordes und der zweifachen Vergewaltigung angeklagt An Jody Johnson und Brooke Sutton Sein Prozess wurde für August 2008 angesetzt Die Staatsanwaltschaft plädierte für die Todesstrafe Drei Menschen wurden kaltblütig ermordet Sie löschten die ganze Familie aus Der grauenhafte Tatort liefert entscheidende Hinweise Wir wussten dass es mindestens zwei Täter waren Blutspuren und Haare deuten auf einen außergewöhnlichen Täterkreis hin In der Dusche war Blut Die Polizei muss verdeckt ermitteln um die grauenvolle Wahrheit aufzudecken und die Mörder zu fassen Die Straße Ist das ein Haus oder eine Wohnung Es ein Haus Was Problem geht vor Es hat eine Art Einbruch gegeben Ich Gut Beruhigen Sie Was ist passiert Ich weiß nicht Die beiden Meine Freunde Seine Mutter und sein Vater sind Alle Beide Da ist Blut Sie Atmen nicht mehr Sein Gesicht ist Blut verschmiert Ich weiß nicht Wir glauben Sie sind tot Die Polizei wird zu einem Haus in Bellevue in der Nähe von Seattle gerufen Lieutenant Jim Kowalczyk trifft als einer der Ersten am Tatort ein Es gab sehr wenig Information Wir nahmen einen Notruf entgegen Es hieß ein junger Mann sei nach Hause gekommen und habe seine Eltern und seine Schwester blut überströmt vorgefunden Man wusste nicht ob sie noch lebten oder ob der Täter noch anwesend war Wir näherten uns der Vordertür mit gezogener Waffe in einer Hand und der Taschenlampe in der anderen Wir horchten einen Moment ob Geräusche verrieten was dort vor sich ging Im Wohnzimmer entdecken Kowalczyk und sein Kollege das erste Opfer Wir sahen eine kleine Gestalt am Boden liegen mit dem Gesicht nach unten Ihr Kopf war mit einer Art Tuch umwickelt Ich weiß nicht ob es ein Schal oder so etwas war Der Stoff war voller Blut und die Person bewegte sich nicht Im Obergeschoss machen sie eine weitere grausame Entdeckung Am Ende des Korridors lag das Schlafzimmer Ganz hinten im Raum stand ein Bett und ich sah Füße die an den Knöcheln überkreuzt waren Das Ganze war ein unglaubliches Blutbad Das Opfer im Schlafzimmer weist entsetzliche Verletzungen auf Vom Kopf ist kaum etwas übrig Die Wand direkt hinter dem Bett war voller Blut Die Blutspritze ergaben einen riesigen Bogen Es gab auch Gewebespuren an Wand und Decke Nach der Menge der Gewebespuren und dem Zustand von Hinterkopf und Gesicht zu urteilen sah es aus als wäre die Tat mit einer Schusswaffe verübt worden Zumindest war das mein erster Eindruck Bei der weiteren Durchsuchung des Hauses werden die Beamten plötzlich auf ein Geräusch aufmerksam Ich hörte etwas aus dem Zimmer links Jemand hatte das Gemetzel überlebt Dieses Opfer eine junge Frau lag mit dem Gesicht auf dem Boden und sie atmete noch Ich wagte nicht sie zu bewegen Im Zimmer war viel Blut und es sah aus als ob ein Kampf stattgefunden hätte Kowalsik ruft umgehend einen Krankenwagen Ich brauche so schnell wie möglich einen Notarzt Ich habe hier ein paar 187er Ich dachte es handelt sich um Mord mit anschließendem Selbstmord Dieser Mann brachte seine Frau und seine Tochter um Dann legte er sich aufs Bett überkreuzte die Füße legte seinen Personalausweis neben sich und tötete sich selbst das war meine Vermutung damals Die Polizei erfährt schnell dass die junge Frau nicht die einzige Überlebende der Familie ist Atif Raffae kann die Opfer identifizieren Es sind seine Mutter Sultana sein Vater Tarek und seine Schwester Basma Gehörte erst seit zwei, drei Monaten zum Team und war noch nie Chef-Ermittler bei einem Mordfall gewesen. Sein Kollege ist Detective Jeff Gomes. Ich hatte in einem einzigen Fall von Totschlag ermittelt, aber das war's auch schon. Hier in der Umgebung passieren nicht viele Verbrechen. Die Ermittler betreten einen Tatort, der von unvorstellbarer Gewalt zeugt. In meinem Beruf als Kriminalbeamter sehe ich viele Tote und erlebe, wie viel Gewalt Menschen angetan wird. Aber die Brutalität, die Dr. Raffae erfahren musste, macht mich heute noch betroffen. Nachdem Basma ins Krankenhaus gebracht worden ist, untersuchen die Beamten von der Spurensicherung den Tatort genauer. Dabei wird schnell deutlich, dass in diesem Fall der erste Eindruck täuscht. Im Schlafzimmer finden sich entscheidende Hinweise. Die Streifenpolizisten, die das Haus als erste betreten hatten, hielten es für einen Mord mit anschließendem Selbstmord. Aber bei genauerer Untersuchung des Tatorts wurde keinerlei Schusswaffe gefunden. Es war kein Selbstmord. Es war Mord. Das änderte die ganze Art der Ermittlung. Denn dann hat man keinen abgeschlossenen Fall, sondern einen Verbrecher, der noch frei herumläuft. Die Beamten rekonstruieren den Tathergang. Basmas Zimmer war durchwühlt worden. Die Laken waren weggerissen und in den Gipskartonwänden befanden sich Löcher. Es gab Blutspritzer an verschiedenen Stellen, das vermuten ließ, dass Basma sich gegen ihren Angreifer zur Wehr gesetzt hatte. Genau wie Basma und Tarek scheint auch Sultana mit einem stumpfen Gegenstand, einer Art Knüppel, angegriffen worden zu sein. Das Haus ist voller ungeöffneter Kartons, die zunächst den Eindruck erwecken, dass ein Einbruch eine schreckliche Wendung genommen hätte. Ein Videorekorder fehlt und mehrere Kartons wurden durchwühlt. Die Polizei findet weder eine Mordwaffe, noch gibt es nennenswerte Spuren vom Täter. Die einzige Zeugin kämpft im Krankenhaus ums Überleben. Die Ermittler hoffen auf Unterstützung von Atif Raffae und seinem Freund Sebastian Burns. Die beiden haben die Leichen gefunden. Vielleicht wissen sie, was passiert ist. Sie waren unsere wichtigsten Zeugen. Sie konnten Informationen beisteuern, ob jemand der Familie schaden wollte, ob sie Feinde hatten und woher die Familie stammte. Die jungen Männer leben in Vancouver, Kanada. Atif Raffae ist 18 und studiert seit einem Jahr an der Cornell University. Sebastian Burns ist ebenfalls 18. Die beiden sind seit der 10. Klasse befreundet. Atifs Familie ist erst vor kurzem von Kanada nach Bellevue gezogen. Atif blieb in Kanada und war für ein paar Tage zu Besuch bei seiner Familie. Was ist gestern Nacht passiert? Wir waren fast den ganzen Tag bei meiner Familie. Hey Mom, wir fahren jetzt. Warte nicht auf uns. Kommt nicht zu spät. Wir verließen das Haus gegen 20.30 Uhr und nahmen das Auto meines Vaters. Die jungen Männer aßen in einem Restaurant in der Nähe und gingen anschließend ins Kino. Den sehen wir uns an. Danach fuhren wir nach Seattle. Der Abend endete in einem Café namens Steve's Broiler, wo wir noch eine Kleinigkeit aßen. Und zwei Uhr morgens kamen wir nach Hause, parkten das Auto und gingen ins Haus. Und da sah ich dann jemanden auf dem Boden liegen. Was haben sie dann getan? Vielleicht bin ich auf sie zugegangen. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube nicht, dass sie sich bewegt hat. Da waren überall Kartons und andere Kram. Dann habe ich das ganze Blut an der Wand gesehen. Und bin durchgedreht. Atif sah seinen toten Vater und hörte seine Schwester um ihr Leben kämpfen. Es war zu viel für den 18-Jährigen. Ich konnte es nicht ertragen und bin weggehört. Ich nahm das Telefon und wählte den Notruf. Meine Freunde, seine Mutter und sein Vater sind, wir glauben, sie sind tot. Atif und Sebastian müssen ihre Kleidung der Spurensicherung überlassen. Eine Standardprozedur. Dann werden sie in ein Motel gebracht. Basma ist die einzige, die Licht ins Dunkel bringen könnte. Doch sie überlebt nicht. Sie starb gegen 7 Uhr morgens. Erst später fanden wir heraus, dass sie gar nicht sprechen konnte. Die Polizei erfährt, dass Basma stark autistisch war. Die ganze Stadt ist schockiert über das grausame Verbrechen. Bis dato war es der größte Fall für die Polizei von Bellevue, den es je gab. Das Ereignis erschütterte die gesamte Ortschaft. Es war ein dreifacher Mord in einer wohlhabenden Gegend von Bellevue. Und es gab keine Verdächtigen. Der Fall wurde landesweit bekannt. Die Polizei sammelt Informationen über die Raffays. Hatte die Familie womöglich Feinde? Sie erfährt, dass Tarek Raffay Bauingenieur war und aus Pakistan stammte. Er und seine Frau Sultana waren beide praktizierende Muslime. Die 20-jährige Basma lebte bei ihnen. Mit ihrer Behinderung konnte sie nicht für sich selbst sorgen. Die Familie war wegen Tareks neuem Arbeitsplatz erst kürzlich nach Bellevue gezogen. Daher standen überall im Haus noch Umzugskartons. Die Polizei vernimmt die Nachbarn, darunter auch Mark Siddle. Ja, ich habe etwas bemerkt, als ich gestern Abend das Haus verließ. Ein Nachbar sagte aus, nach neun Uhr abends Geräusche gehört zu haben. Ich hörte dumpfe Schläge. Als würde jemand hämmern oder Bilder aufhängen. Waren die Geräusche die tödlichen Schläge des Mörders? Als sich die Nachricht von den Morden verbreitet, gehen bei der Polizei etliche Hinweise ein. Es gab hunderte von Anrufen. Die Leute sagen Sachen wie, ich habe einen fiesen Typen im Bus gesehen und nennen sogar die Buslinie. All diesen Hinweisen muss man nachgehen, um entscheiden zu können, welche eine echte Spur ist. Ein Hinweis steht in Zusammenhang mit Tariq Raffaes Religion. Ein Zeuge berichtete von einem muslimischen Geistlichen, der Tariq Raffaes Tod forderte. Tariq Raffaes war Ingenieur und ein gläubiger Moslem. Er hatte Texte verfasst über die Ausrichtung der Moscheen nach Osten. Er kritisierte darin, dass alle Moscheen, die derzeit gebaut werden, nicht wirklich nach Mekka ausgerichtet seien. Daraus war eine Riesendebatte entstanden. Die Polizei geht dem Hinweis nach und durchsucht das Haus erneut nach Spuren. Die gründliche Überprüfung des Tatorts überzeugt die Ermittler endgültig davon, dass es sich nicht um einen Raubmord handelte. Die Mörder waren keine Einbrecher, die auf frischer Tat ertappt wurden. Irgendetwas an dem Zimmer stimmte nicht. Die Kartons waren umgekippt, aber nicht durchwühlt worden. Es wirkte inszeniert. Und jemanden für einen Videorekorder umzubringen, wäre extrem ungewöhnlich. Die Beamten finden keinerlei Hinweise auf einen Einbruch. Der Mörder kam offenbar durch eine unverschlossene Terrassentür. Von besonderem Interesse für die Beamten sind auch die blutigen Fußspuren, die man im Haus findet. Am Boden fand sich verschmiertes Blut, aber keine Schuhabdrücke. Die Person muss barfuß gewesen sein oder Socken oder Hausschuhe ohne Profil getragen haben. Es gab viele Abdrücke nackter Füße. Jemand war ziemlich viel herumgelaufen. Die Polizei analysiert kleinste Aluminiumpartikel, die sie in der Wand in Basmas Zimmer findet. Es war eine Aluminiumlegierung, die typisch für Baseballschläge aus Metall ist. Ein weiterer Hinweis auf einen Baseballschläger als Waffe war ein runder Blutfleck. Er befand sich auf dem Teppich des Elternschlafzimmers in der Nähe des Bettes, auf dem der Vater gefunden wurde. Es gab also zwei Spuren, die auf einem Baseballschläger als Waffe hindeuteten. An der Wand befinden sich außer den Blutspritzern auch noch andere Blutspuren. Es gab Schmierspuren. Ein blutiger Gegenstand war waagerecht an der Wand entlanggezogen worden. Ein Kissen auf dem Boden neben dem Bett wies Schmierspuren auf einer Seite und Blutspritzer auf der anderen Seite auf. Dies lässt nur einen Schluss zu. Das Kissen wurde weggezogen, während man noch auf Taric einschlug. Es gab also nicht nur einen Täter, sondern mindestens zwei. Einer zog das Kissen weg, der andere schlug zu. An einer Stelle der Wand befinden sich keine Blutspritzer. Dort konnte der andere Mörder gestanden haben. Ein einzelnes Haar liegt auf dem Laken in der Nähe von Tarics Leiche. Es scheint nicht von einem der Opfer zu stammen. Dies muss jedoch durch eine DNA-Analyse noch geprüft werden. Im Bad, im Untergeschoss werden verblasste Flecken in der Dusche gefunden. Wir besprühten die Dusche mit einer Chemikalie, die Blut sichtbar macht, und entdeckten, dass es sich tatsächlich um Blutflecken handelte. Der Täter war offenbar noch kaltblütiger als vermutet. Der Mörder hatte nicht nur drei Menschen getötet, sondern sich auch noch seelenruhig die Zeit genommen, runterzugehen, um zu duschen. Die Dusche gibt noch weitere Beweisstücke preis. Wir fanden ein paar Haare, die wir einsammelten. Nicht im Abfluss, sondern im Becken. Insgesamt werden 22 Haare gesichert und ins Labor geschickt. Vielleicht hatte Taric innerhalb seiner Glaubensgemeinschaft mächtige Feinde, die sogar Auftragskiller engagierten, um seine Familie auszulöschen. Diese Theorie wäre eine Erklärung für das einzelne Haar auf dem Bett und die fehlenden Blutspritze an der Wand. Doch bis die Proben analysiert sind, hat die Polizei nur eine Theorie, keinen Beweis. Der Autopsiebericht. Thompson bittet Staatsanwalt James Connard um Hilfe bei den Ermittlungen. Bevor man bei einem Mord nach dem Warum fragt, muss man das Wie klären. Der Autopsiebericht bestätigt, dass es sich bei der Mordwaffe um einen Baseballschläger handelt und enthüllt die brutale Gewalt des Angriffs. Der Rechtsmediziner bestätigte, dass man Sultana Raffei mindestens zweimal auf den Kopf geschlagen hatte. Dr. Taric Raffei schlief. Er erhielt mindestens 15 Schläge mit dem Baseballschläger. An Tarics und Sultanas Körper finden sich keine Hinweise auf einen Kampf. Die Abwehrverletzungen an Basmas Händen und Armen jedoch zeugen von dem Grauen, das sie erleiden musste. Basma muss alles mit angehört haben. Ihr Zimmer war nur durch eine dünne Wand vom Schlafzimmer der Eltern getrennt. Wer auch immer diese Familie tötete, war wahnsinnig oder rasend vor Wut. Die extreme Brutalität dieses Angriffs und das Verhalten des Mörders nach der Tat lässt Connard einen Auftragsmord ausschließen. Ein Profikiller verwischt keine Spuren, indem er einen Videorekorder mitgehen lässt. Und erst recht nimmt er keine Dusche am Tatort und hinterlässt Blut und andere Spuren. Er erledigt den Job und geht. Die Gewalt, die Dr. Tariq angetan wurde, lässt auf einen sehr persönlichen Rachefeldzug schließen. Wer hasste die Familie so sehr, dass er derart kaltblütig mordete? Als erstes wollen die Beamten ihre einzigen Augenzeugen als Täter ausschließen. Man beginnt normalerweise mit den Angehörigen, in diesem Fall mit Atif Raffae. Wir überprüften also sein Alibi. Die Polizei vernimmt Personen, die die beiden jungen Männer in der Mordnacht gesehen haben. Die Restaurantangestellten erkennen sie wieder und auch der Geschäftsführer des Kinos bestätigt, dass sie da waren. Wir zeigten ihnen Fotos der beiden und sie erinnerten sich an die Männer, weil sie so viel geredet hatten. Ein Zeuge sagte, er hatte zu tun, aber Sebastian hätte ständig auf ihn eingeredet. Auch eine Kellnerin bei Steve's Broiler erinnert sich an die beiden. Sie bestellten für 5 Dollar Essen und hinterließen 8 Dollar Trinkgeld. Überall erinnerte man sich an sie. Das ist schon ziemlich ungewöhnlich. Die jungen Männer sind fast zu gut in Erinnerung geblieben. Die Polizei fängt an, Verdacht zu schöpfen. Die Untersuchung ihrer Kleidung ergibt nichts Außergewöhnliches. Doch Thompson möchte sie zur Sicherheit ein zweites Mal vernehmen. Diesmal ganz offiziell. Kommen Sie mit. Wir wurden sie getrennt voneinander vernehmen. Etif Raffae war zuerst an der Reihe. Da legte Sebastian Burns eine Hand auf Etifs und sagte, er wolle mitkommen. Das fand ich schon seltsam. Wir haben bereits alles gesagt. Sebastians Verhalten sorgt auch in anderen Punkten für Skepsis bei den Beamten. Er war jemand, der gerade miterlebt hatte, wie die Familie seines besten Freundes nie gemetzelt wurde. Er aber sprach sehr sachlich und zeigte keinerlei Emotionen, obwohl es ein so traumatisches Ereignis war. Etifs Vernehmung lässt bei der Polizei noch mehr Zweifel aufkommen. Was ist Ihnen noch aufgefallen? Ich kann mich nicht daran erinnern, meinen Walkman im Zimmer gesehen zu haben. Ihr was? Er kommt nach Hause, findet seine tote Mutter, läuft die Treppe hinauf, sieht seinen toten Vater und hört seine Schwester. Aber anstatt nach ihr zu sehen, geht er in sein Zimmer und stellt fest, dass sein Walkman nicht da ist. Das machte ihn für mich sehr verdächtig. Rufen Sie mich an, wenn Ihnen noch etwas einfällt. Diese beiden wollten sich von der ganzen Sache fernhalten, sich distanzieren. Sie verhielten sich einfach sehr seltsam. Drei Tage nach dem Mord findet die Beerdigung statt. Doch weder Atif noch Sebastian erscheinen. Burns und Raffae kamen nicht zur Beerdigung. Also prüften wir die Grenzübergänge und fanden heraus, dass die beiden die USA in einem Greyhound-Bus verlassen hatten. Das machte uns wirklich misstrauisch. Warum sind sie nicht auf der Beerdigung erschienen, sondern nach Kanada zurückgefahren? Die ganze Verwandtschaft ist extra in die Stadt gekommen. Jetzt hatten wir ein Dutzend neuer Fragen an sie. Was hatten die beiden jungen Männer zu verbergen? Die Ermittler aus Bellevue folgen Burns und Raffae über die Grenze nach Kanada. Doch dort haben sie keine Polizeibefugnis. Sie müssen auf die Kooperation ihrer beiden Hauptverdächtigen hoffen. Detective Thompson und ich fuhren nach Vancouver. Wir kontaktierten Raffae und Burns, um sie nochmal als Zeugen zu befragen. Raffae knallte mir die Tür vor der Nase zu und meinte, sie hätten nichts zu sagen und würden sich Anwälte besorgen. Das war echt hart. Ein echtes Problem. Wenn man den Verdacht hat, dass die Täter sich in ein anderes Land absetzen, um nicht belangt werden zu können, ist das sehr frustrierend. Da ihnen der direkte Zugriff verwehrt ist, recherchieren die Ermittler den persönlichen Hintergrund der beiden Männer. Thompson und Gomes befragen ehemalige Highschool-Freunde die Aussagen, dass beide intelligente und beliebte Schüler waren und aus stabilen, fürsorglichen Familien stammen. Aber nicht alle sprechen gut über sie. Okay, sie beschreiben ihn also als arrogant, merkwürdig und unnahbar. Eine der Highschool-Lehrerinnen fand es nicht im geringsten verwunderlich, dass Sebastian Burns ein Verdächtiger in einem Mordfall war. Wir gingen ihre Jahrbücher durch und erfuhren, dass Burns an einer Theateraufführung von Cocktail für eine Leiche mitspielte. Einem Stück über zwei College-Studenten, die den perfekten Mord begehen wollten. Das war natürlich sehr interessant. Und wir wollten mehr über das Stück wissen. Die Teilnahme an dem Theaterstück wirkt zwar verdächtig, beweist aber gar nichts. Die Polizei ermittelt weiter und entdeckt, dass die beiden große Pläne haben, für die sie viel Geld benötigen. Sebastian und Atif wollten einen Film drehen und brauchten mehrere hunderttausend Dollar. Nach dem Tod seiner Eltern sollte Atif durch den Verkauf des Grundstücks, des Hauses und eine Lebensversicherung 500.000 Dollar bekommen. In Vancouver hinterlassen die jungen Männer keinen guten Eindruck. Angehörige organisierten einen Gedenkgottesdienst in Kanada. Sebastian und Atif erschienen und wurden von einem Reporter gefragt, warum sie nicht mit der Polizei reden wollen. Aber Atif lachte und kicherte nur, drehte sich um und sprang dann in ein wartendes Auto. Es war sehr, sehr irritierend, den Sohn und Bruder dreier Mordopfer wie einen Schuljungen rumalbern zu sehen. Die beiden Verdächtigen beginnen, das Geld auszugeben, das Atif durch den Tod seiner Familie bekommen hat. Die Polizei hat jetzt ein ernstzunehmendes Motiv, hegt aber Zweifel, ob zwei 18-Jährige imstande sind, mit so viel Kalkül und Brutalität zu handeln. Die Ergebnisse der Kriminaltechnik stützen diese Theorie nicht. Am Tatort wurden keine Fingerabdrücke gefunden. Die blutigen Fußspuren lassen keinerlei Schlüsse zu. Trotz einer DNA-Analyse kann das Haar aus Tareks Bett nicht identifiziert werden. Das Blut in der Dusche stammt von den ermordeten Familienmitgliedern. Die Polizei setzt ihre Hoffnung nun auf die 22 Haare, die in der Dusche lagen. Sie müssen vom Täter stammen. Die letzte Person, die duschte, war der Mörder. Denn in der Dusche fanden wir das Blut von Dr. Raffae. Der Mörder muss es sich dort abgewaschen haben. Da die Haare hell sind, sollen sie mit Sebastian Burns Haaren verglichen werden. Doch die Polizei von Bellevue hat in Vancouver keine rechtliche Handhabe und kann die beiden Verdächtigen nicht zwingen, eine Haarprobe abzugeben. Sie benötigt die Hilfe der kanadischen Polizei. Diese lässt Sebastian überwachen und besorgt die nötige DNA-Probe. Die kanadische Polizei brachte uns eine Serviette und so erhielten wir Burns' DNA auf bisher einzigartige Weise. Das Ergebnis fällt für die Ermittler positiv aus. Die DNA auf der Serviette stimmt mit der DNA der Haare aus der Dusche überein. Sebastian Burns war höchstwahrscheinlich die letzte Person, die dort duschte. Es ist kein hundertprozentiger Beweis, aber ich halte es für ungemein bedeutend, dass nur seine Haare dort gefunden wurden. Die kanadische Polizei glaubt, dass die beiden die Mörder sind und ihren grausamen Plan in Kanada aushackten. Daher strengt sie nun eigene Untersuchungen an. Michael Levine, Experte für verdeckte Ermittlungen, hat den Fall ausgiebig studiert. Der erste Ermittlungsschritt war die Überwachung. Im Auto und im Haus wurden Wanzen angebracht. Ist die Kamera an? Sie zeichneten 4000 Stunden Konversation zwischen Sebastian Burns und Atif Raffay auf. Die kanadische Polizei entdeckt, dass die beiden tatsächlich ein Drehbuch schreiben. Es handelt von zwei Freunden, die eines Mordes beschuldigt werden, den sie nicht begangen haben. Die Überwachungsprotokolle belegen, dass sie bis 5 Uhr morgens aufbleiben und bis spät in den Nachmittag hinein schlafen. Die beiden Männer sind intelligent, arrogant und maßlos. Sie verehren Kriminelle und Gangster aller Art. Doch es gibt nichts, dass sie eindeutig mit dem brutalen Mord an der Tiefs Familie in Verbindung bringt. Die Wanzen lieferten nichts Wesentliches für eine Anklage. Die Polizei brauchte ein Geständnis. Es ist Zeit für radikalere Maßnahmen. Die Polizei beginnt mit einem verdeckten Einsatz unter dem Codenamen Mr. Big. Nicht zu fassen! Was ist los? Ich hab mich ausgesperrt. Ist das ihr Auto? Ja. Es war eine Aktion, bei der verdeckte Ermittler vorgaben, Kriminelle zu sein. Sie wussten, dass Raphael und Burns die Mafia, das Medellin-Kartell und Motorradgangs für das Allergrößte hielten. Diese Gruppen verkörperten für sie den Begriff von Ehre. Könnten Sie mich mitnehmen? Ja. Danke. Toll. Ich parke da drüben. Der verdeckte Ermittler gibt sich als Gangster aus und versucht, Sebastian zu beeindrucken. Er hat mir geholfen. Freut mich. Der Trick funktioniert. Sebastian ist von dem Mann, der sich Gary nennt, tief beeindruckt. Er lernt andere Undercover-Agenten kennen, die sich als dessen Freunde ausgeben. Bald danach macht Gary Sebastian mit Mr. Big persönlich bekannt. Also, was hat es mit diesem Drehbuch auf sich? Wie bitte? Al, das ist der Typ, von dem ich dir erzählt habe. Sebastian. Sebastian, das ist Al. Ich sag's Ihnen. Es ist eine Hammer-Idee, die sich gut verkaufen lässt. Sebastian erhält den Eindruck, er hätte das Interesse eines Unterweltbosses geweckt, der ihn unterstützen will. Die Polizei ist zuversichtlich. Nach dem Film zu fragen, war ein Köder. Mr. Big, der angebliche Mafiosi, ließ durchblicken, dass er in ihren Film investieren würde, wenn sie sich auf seine Seite schlagen. Es funktioniert. Er fährt total darauf ab. Sie begriffen, dass die beiden völlig egoistische, arrogante Jugendliche waren und nutzten das aus. Sobald sie Sebastians Vertrauen gewonnen hatten, versuchten die bedeckten Ermittler, den Kontakt zu intensivieren. Ich hätte einen Job für dich. Interessiert? Sie ließen Burns in dem Glauben, dass sie zur echten Mafia gehörten. Sie mussten ihn in ihren Kreis aufnehmen, ihn an Mafia-Verbrechen teilhaben lassen. Sebastian soll ein angeblich gestohlenes Auto überführen. Sie taten so, als müsste Sebastian Burns ein gestohlenes Auto von Whistler nach Vancouver bringen. In Wirklichkeit hatten sie das Auto gemietet. Es war geradezu kindisch, aber absolut angemessen. Schließlich hatten sie einen selbstsüchtigen Egoisten vor sich, der auf so etwas anbeißen würde. Sebastian erhält für seinen Einsatz 200 Dollar. Doch die Belohnungen werden schnell höher. Burns ist von dem kriminellen Lebensstil und seinen Verdienstmöglichkeiten fasziniert. Wir sollten den nächsten Schritt angehen. Machst einen guten Job für uns. Jetzt ließen sie ihn glauben, dass er eine Art Mafia-Praktikant sei, für den sie weitere Aufgaben hätten, vorausgesetzt, man könne ihm vertrauen. Wir wollen dich in den Moment bringen. Und natürlich, das Thema ist, wir müssen dich vertrauen. Die verdeckten Ermittler bringen das Gespräch auf Mord. Wenn sie mir sagen würden, es gibt da eine Familie oder einen Typen, der uns reingelegt hat und ich soll ihn umlegen, hätte ich kein Problem damit. Doch ein Mordgeständnis kommt dabei nicht heraus. Die Polizei geht noch einen Schritt weiter. Trotz aller Bemühungen gibt Sebastian die Morde nicht zu. Mr. Big zeigt ihm daraufhin einen gefälschten Polizeibericht, aus dem hervorgeht, dass die Beamten in Bellevue Beweise hätten, die ihn überführen können. Ich sag's dir, die werden dir die Hölle heiß machen. Die und deinem Freund. Die List geht auf. Wir befürchten, dass sie dich hochnehmen und du alles, was du über uns weißt, auspackst. Du erzählst uns besser von dem Mord, dann können wir die Beweise loswerden. Dermaßen in die Enge getrieben, muss Sebastian eine Entscheidung treffen. Na ja, ich könnte Hilfe gebrauchen. Die brauchst du dringend. Du brauchst dringend meine Hilfe. Vertraut er den angeblichen Verbrechern so sehr, dass er ein Geständnis ablegt? Die langwierige Ermittlung führte vom Bundesstaat Washington bis nach Vancouver. Doch endlich macht sich die monatelange Arbeit bezahlt. Ihr beide habt euch eines Morgens also einfach gedacht, lass uns die Familie loswerden und uns das ganze verdammte Geld tun? Im Grunde ja. Wie habt ihr alle drei auf einmal erledigt? Nicht auf einmal. Einen nach dem anderen. Wie konntest du mit einem Baseballschläger zuschlagen, ohne Blut an der Kleidung zu haben? Man muss es nackt machen. Und hinterher habe ich geduscht. Sebastian gesteht die grausamen Details völlig unbeteiligt. Auch Atif Raffae bekennt sich zu den Morden. Wie fühlt es sich an, wenn man seine Eltern und seine Schwester tötet? Ziemlich mies, aber es wurde dadurch ausgeglichen, dass ich es notwendig fand. Warum? Es war notwendig, damit ich das Leben führen kann, das ich will. Wir hörten also diese Geständnisse, warum sie zu dem Haus gefahren waren, wie sie sich ihre Alibis beschafft und ihre Tat verschleiert hatten. Aber das Beeindruckendste oder das Deprimierendste daran, je nachdem wie man es sieht, ist, dass sie die Dreistigkeit besaßen, das alles tatsächlich auszuführen. Als das Geständnis auf Band ist, schreitet die Polizei ein. Oh, was ist passiert hier? Was ist passiert hier? Was soll das? Oh, was ist passiert hier? Oh, was ist passiert hier? Ich will mit meinem Anwalt sprechen. Oh, was ist passiert mit meinem Anwalt? Nach der Festnahme dachte ich, es würde vielleicht drei oder vier Jahre dauern, bis sie ausgeliefert werden. Es dauerte etwa sechs Jahre. Erst nachdem die US-Behörden einwilligen, auf die Todesstrafe zu verzichten, liefert das höchste Gericht Kanadas die Straftäter dem Bundesstaat Washington aus. Am 23. November 2003, neun Jahre nach den Morden, beginnt der Prozess gegen Atif Raffae und Sebastian Burns. Die Staatsanwaltschaft legt den Fall dar. Das Motiv ist einfach. Geld. Um ein Alibi für die Mordnacht zu haben, sorgten die Männer dafür, dass man sich an jedem Ort, an dem sie sich aufhielten, an sie erinnern würde. Sie inszenierten sogar einen Streit im Kino. Sie verließen das Kino kurz nachdem der Film angefangen hatte und fuhren im Auto der Raffaes in die Nähe des Hauses. Sie parkten so, dass man sie nicht sehen konnte, gingen zum Haus und löschten die ganze Familie aus. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Sebastian, der Dominantere der beiden, die Führung übernahm. Er erschlug zuerst Sultana, während Atif zusah. Tarek wachte gar nicht erst auf. Auf ihn wurde 20 bis 30 Mal eingeschlagen. Basmar war die einzige, die sich wehrte. Doch es nützte ihr nichts. Nach dem Gemetzel nahm Sebastian eine Dusche. Der Staatsanwalt führt an, dass DNA-Analysen ihn als denjenigen überführen, der duschte. Außerdem befand sich das Blut der Opfer im Becken. Daraufhin inszenierten die beiden den angeblichen Einbruchdiebstahl. Sie verließen das Haus, entledigten sich der Waffe und machten sich auf in das Restaurant, wo sie von einer Kellnerin gesehen wurden. Sie hinterließen ein dickes Trinkgeld und erhielten ihr Alibi. Alles war sorgfältig geplant und kaltblütig durchgeführt worden. Seien wir ehrlich. Jedes Geschäft basiert auf Vertrauen. Ohne Vertrauen keine Zusammenarbeit. Verstanden? Das Geständnis, das die kanadische Polizei so mühsam errungen hat, ist erschütternd. Na ja, der Vater war echt kein Ding. Aber das Verrückte war, dass die Schwester noch aufstehen konnte und dann noch rumlief und so. Oh Gott. Bei so einem Geständnis muss man darauf achten, dass man noch andere Beweise hat. Denn es gibt verdeckte Ermittlungen, bei denen Kriminelle gezielt lügen, um Eindruck zu machen. Die Verteidiger argumentieren, dass solche verdeckten Operationen in den USA illegal seien. Das Tonband mit dem Geständnis dürfe daher nicht als Beweis zugelassen werden. Doch dieses Argument wird verworfen und die Verteidigung kann die Geschworenen auch nicht davon überzeugen, dass jemand anderer für die Tat infrage kommt. Kein Geschworener würde sie für unschuldig erklären. Wir glaubten, dass das auf keinen Fall eintreten würde. Unsere einzige Befürchtung war, dass das Verfahren in die Länge gezogen wird, durch Anschuldigungen gegen die Polizei von Bellevue und die kanadischen Ermittler, weil sie die Angeklagten getäuscht hatten. Nach einem sechsmonatigen Prozess ziehen sich die Geschworenen für nur vier Tage zur Beratung zurück. Wir, die Geschworenen, erklären die Angeklagten Glenn Sebastian Burns und Etif Raffae des Mordes für schuldig. Beide Männer, sie waren 18 zum Zeitpunkt der Morde, erhalten eine Haftstrafe von dreimal 99 Jahren. Es war seine Überheblichkeit, seine Selbstgefälligkeit und Arroganz, die zu Sebastian Burns Untergang führten. Er zeigte der ganzen Welt deutlich, dass er dachte, er wäre schlauer als alle anderen. Er ging davon aus, sich vor der Verantwortung für die Morde drücken zu können. Aber er vertraute sich ausgerechnet einem verdeckten Ermittler an. Es war nicht so, dass man sich wahnsinnig über das Urteil freute. Es war eher ein gewisses Gefühl von Trauer, dass zwei junge Menschen so vom Weg abgekommen waren, dass sie sogar Familienmitglieder töteten. Sie fühlten sich anderen so überlegen, dass sie glaubten, damit davon zu kommen. An einem ruhigen Herbstabend wird ein kleines englisches Dorf zum Schauplatz eines grausamen Gewaltverbrechens. Ein junges Mädchen mit durchgeschnittener Kehle. Die Tat war so bestialisch, da muss jemand komplett durchgedreht sein. Die brutalsten Verletzungen, die ich je gesehen habe. Die Polizei fahndet fieberhaft nach dem Mörder. Wo soll man so jemanden finden? Und schlägt dieser jemand wieder zu? Der grausame Mord schockiert die gesamte Gemeinde. Die Familie des Opfers ist am Boden zerstört. Bitte gehen Sie zur Polizei und helfen Sie den zu fassen, der diese schreckliche Sache getan hat. Das Alter des Opfers, 15 Jahre. Die Leute wollten Resultate sehen. Gegen 21.30 Uhr bittet Catherine Smith ihre Tochter Naomi darum, noch schnell einen Brief in den Postkasten zu werfen. Doch knapp zwei Stunden später ist Naomi noch immer nicht zu Hause. Besorgt weckt Catherine ihren Ehemann Brian. Naomi ist noch immer nicht zurück. Doch der geht zunächst davon aus, dass seine Tochter bei ihrer besten Freundin Emma ist. Wir haben Emmas Mutter angerufen und gefragt, ob sie da ist. 202. Hallo? Doch die sagte, nein, bei uns ist Naomi nicht. Ja, aber wo zum Teufel steckt sie dann? Da fing auch ich an, mir Sorgen zu machen. Brian Smith fährt mit dem Wagen die Strecke zu Emmas Elternhaus ab. Vergeblich. Von seiner Tochter keine Spur. Emma bietet an, dem beunruhigten Vater bei der Suche nach Naomi zu helfen. Ich wusste einfach, dass was Schlimmes passiert sein musste. Langsam nähern sich die beiden einem Park, der bei den Jugendlichen aus dem Ort als beliebter Treffpunkt gilt. Im Licht der Autoscheinwerfer taucht ein Spielplatz vor ihnen auf. Weiter hinten sah ich etwas im Gras liegen. Ich dachte mir, ich dachte, oh nein, bitte nicht. Ich ließ den Motor einfach laufen und rannte zu ihr hin. Was Brian Smith auf diesem Spielplatz entdeckt, ist der schlimmste Albtraum aller Eltern. Hol Castle hin und bringt ein paar Decken! Als ich Naomi da liegen sah, wusste ich es sofort. Ihren Puls habe ich gar nicht erst gefühlt. Ich wusste es einfach. Der Körper seiner teilweise entkleideten Tochter ist leblos und kalt. Ich wollte nicht, dass sie irgendjemand so sehen. Zu dem Zeitpunkt waren ihre Lippen schon ganz blau. Naomi, noch keine 16 Jahre alt, war das einzige Kind von Brian und Catherine Smith. Kurz darauf treffen immer mehr Polizisten am Fundort der Leiche ein. Einer der ersten Beamten vor Ort ist Paul Tabernod von der Spurensicherung. Da liegt so ein junges, unschuldiges Mädchen vor dir, auf dem Rücken, das Hemd weit hochgezogen. Da fragst du dich nur, was zum Teufel ist da passiert? Schon bald steht fest, dass Naomi mit einem Messer brutal niedergestochen wurde. Die Schnittwunden im Bereich der Kehle waren ungewöhnlich tief. Die Folge eines brutalen, äußerst grausamen Überfalls. Wer sowas tut, muss durch und durch böse sein. Wie kann ein Mensch nur sowas tun? Und warum? Es sieht doch so aus, als... Ach, ich weiß auch nicht. Uns war klar, dass der Täter jede Menge Blut in seiner Kleidung gehabt haben muss. Doch das Motiv hinter diesem grausamen Verbrechen bleibt zunächst ungeklärt. Auch der Leiter der Mordkommission, Tony Bayliss, trifft am Tatort ein. Ich habe schon ziemlich abscheuliche Dinge gesehen. Aber ein Mädchen, das mit durchgeschnittener Kehle auf einem Kinderspielplatz liegt und... Und dazu noch die besonderen Umstände, zum Beispiel, dass ihr eigener Vater sie gefunden hat, das macht es einem nicht gerade leichter. Man versucht emotional Abstand zu halten, die eigenen Gefühle außen vor zu lassen. Und doch bleibt es immer die Tochter irgendeines Vaters. Es fällt schwer, sich einen Menschen vorzustellen, der zu einer Tat wie dieser fähig ist. Aber sicherlich schießen da jedem von uns Bilder von einem ziemlich widerlichen und fiesen Kerl durch den Kopf. Der Leichnam wurde unter absolut sterilen Bedingungen in die Gerichtsmedizin gebracht. Uns war sofort klar, dass es eine komplizierte und breit angelegte Mordermittlung geben würde. Auf diesem Spielplatz machte Naomis Vater in der vergangenen Nacht eine grauenvolle Entdeckung. Im Scheinwerferlicht seines Wagens fand er die Leiche seiner 15-jährigen Tochter. Die Ermittler suchen den Tatort nach Spuren ab. Wir haben den Kunstrasen unter der Rutsche herausgeschnitten, die ganze Fläche, die von Naomis Blut durchtränkt war. Es wurde alles herausgenommen und genauestens untersucht. Nach Fingerabdrücken haben wir natürlich auch gesucht. An der Rutsche, am Geländer und überall sonst auf dem Spielplatz. Es gab jede Menge Abdrücke, aber sie waren alle nicht verwertbar. Die Beamten können nicht einen forensischen Beweis sichern, der auf den Mörder hindeutet. Nun beginnen die Ermittler mit der unangenehmen, aber unvermeidlichen Befragung des Vaters. In jeder Mordermittlung ist natürlich der, der die Leiche findet, auch der erste Verdächtige. Fassungslos erzählt Brian Smith den Beamten Einzelheiten jener Nacht. In der ein einfacher Botengang zu einer entsetzlichen Tragödie wurde. Der Briefkasten ist keine 100 Meter vom Haus entfernt, direkt an der Hauptstraße. Da kommt doch kein Mensch auf die Idee, dass ein Teenager auf dieser kurzen Strecke gefährdet sein könnte. Die Ermittler erfahren Näheres über Naomis Verhältnis zu ihren Eltern. Sie war ein eher ruhiges Mädchen, konnte aber auch sehr lustig und lebendig sein. Ein richtiger Schatz. Und sie hat gern allein in ihrem Zimmer getanzt, so wie alle Mädchen. Da sang sie dann vorm Spiegel mit einer Bürste in der Hand zu ihrer Lieblingsmusik. Na komm schon, hör dir das an! Naomi war unser einziges Kind. Wir haben uns auf Enkel gefordert und gedacht, dass sie irgendwann heiratet. Naomi war ein liebenswertes Mädchen, ein, naja, ein Familienmensch. Letzten Endes war sie ein Teenager, der ein ganz normales Leben in einer kleinen Dorfgemeinschaft führte. Den Beamten ist schnell klar, dass Naomis Eltern nicht zu den Verdächtigen zählen. Die Eltern waren in diesem Fall eindeutig die Opfer und am Verbrechen völlig unbeteiligt. Also konnten wir uns auf andere Verdächtige konzentrieren. Von der Autopsie der Leiche in der Gerichtsmedizin erhoffen sich die Ermittler neue Erkenntnisse. Wer hat Naomi getötet? Und aus welchem Grund? Detective Gino Varialli schließt sich dem Team an. Ich muss gestehen, dass dies der mit Abstand brutalste Mordfall war, den ich je gesehen habe. Die Verletzungen waren einfach grauenvoll. Sie hatte vier oder fünf tiefe Schnittwunden. Luftröhre und Halsvene waren durchtrennt. Die Tatwaffe war ein sehr scharfes Messer mit einer Klinge von etwa 25 Zentimetern. Doch unter den vielen Verletzungen fällt eine als besonders grausam auf. Auf ihrer linken Brust war eine große Bisswunde. Aber das ist noch nicht alles. Die Brutalität des Mörders scheint grenzenlos. Das Ergebnis der medizinischen Untersuchung hat uns alle schockiert. Ein Bild des Grauens. Die Tat eines Wahnsinnigen. Ich habe schon so manches Mordopfer gesehen, aber das war einfach entsetzlich. Ich meine, er hat sie mit einer Waffe sexuell missbraucht. Ihre Kleidung hat besonders sorgfältig untersucht, um zu überprüfen, ob wir am Tatort eventuell einen Hinweis auf den Täter übersehen hatten. Alle Kleidungsstücke wurden einzeln verpackt und in der Asservatenkammer verwahrt. Die Beamten sind entschlossener denn je, den Verantwortlichen für diese entsetzliche Tat zu überführen. Wir sind davon ausgegangen, dass das Motiv sexueller Natur war. Um den Mörder zu identifizieren, setzen die Ermittler auf eine recht neue wissenschaftliche Methode. Den genetischen Fingerabdruck. DNA-Beweismaterial ist heutzutage ein selbstverständlicher Bestandteil der polizeilichen Ermittlungsarbeit. Aber seinerzeit war das noch völliges Neuland für uns. Als ich mir die Bisswunde ansah, dachte ich mir, ich nehme einfach eine DNA-Probe von der Bissstelle, um so viele Beweise wie möglich zu sammeln. Um ein Haar kommt es zur Katastrophe, als einer der Assistenten das wichtige Beweismaterial abwaschen will. Was tun Sie da? Na, die Leiche waschen was sonst. Wir konnten ihn gerade noch aufhalten. Ich bezweifle, dass der Mann sich mit gerichtsmedizinischen Ermittlungen auskannte. Er wollte nur helfen, aber zum Glück konnte ich verhindern, dass er die Beweise vernichtet. Officer Taberner versucht, so viel Material wie möglich aus dem Bereich der Bisswunde sicherzustellen. Die Erstellung von DNA-Profilen steckte noch in den Kinderschuhen, insbesondere wenn es sich um derart kleine Proben handelte. Ich habe einfach Proben genommen und gehofft, dass irgendjemand etwas damit anfangen kann. Wir schickten das Material ein, um überprüfen zu lassen, ob ein DNA-Profil aus dem Speichel rings um die Bisswunde erstellt werden kann. Hazel Johnson wird als Forensik-Expertin mit dem Fall betraut. Die Herausforderung besteht darin, immer dein Bestes zu geben. Und die Ergebnisse, egal wie sie ausfallen, werden dann an die Ermittlungsbeamten weitergeleitet. Ein DNA-Profil aus einer derart kleinen Speichelprobe zu erstellen, ist eine immense Herausforderung. Und selbst wenn der genetische Fingerabdruck des Mörders auf diese Weise gefunden wird, ist das noch keine Garantie dafür, dass der Fall auch gelöst werden kann. Damals fingen wir gerade erst damit an, eine landesweite DNA-Datenbank aufzubauen. Wir hatten in dieser Datenbank also noch eine viel zu geringe Anzahl von Proben von viel zu wenigen Verdächtigen für einen erfolgversprechenden Abgleich. Dies wiederum bedeutet für die Ermittler, dass sie mit ihrer Suche nach dem Mörder noch keinen Schritt weiter sind. Die Polizei setzte heute ihre Suche nach der Tatwaffe fort. Diese wurde nach dem Mord an Naomi Smith möglicherweise weggeworfen. Wir hatten ein Suchteam vor Ort, das die Gegend abriegelte und sich anhand von Karten systematisch vorarbeitete. Unsere Leute suchten nach Messern und überhaupt nach allem, was man irgendwie als Waffe benutzen konnte. Die Bewohner von Ainsley Common sind zunehmend beunruhigt, da mitten unter ihnen möglicherweise ein brutaler Mörder lebt. Ainsley Common ist eine kleine, verschworene Dorfgemeinschaft. Der Ort hatte damals so um die zweieinhalbtausend Einwohner. Viele der Einwohner verdienten ihr Geld im Bergbau. Das hatte was von einer, ich sag mal, verschworenen Bergbau genutzt. Die Menschen standen sich relativ nahe. Natürlich kam da so eine Grundstimmung auf wie, sperrt ja eure Töchter weg. Polizisten befragen die Anwohner in der Nähe des Tatorts. Der Fall fand große Beachtung in den Medien. Reporter kampierten mit ihren Übertragungswagen vor der Polizeistation und filmten ständig das Kommen und Gehen. Wir standen unter großem Druck, weil alle auf schnelle Ergebnisse hofften. Aber in der Wissenschaft kann man nun mal nichts überstürzen. Und ein DNA-Profil zu erstellen, das dauert seine Zeit. Wir hatten allerdings das große Glück, dass unsere Einheit so klein war. Alle haben eng zusammengearbeitet. Und wir wussten, dass jeder sein Bestes gibt. Wichtig war natürlich, die Medien zu informieren und, soweit möglich, auch zu kontrollieren. Emma und mein Mann kamen in den Park. Und da lag dann meine Tochter. Ich möchte jeden bitten, der irgendwelche Informationen hat. Und seien sie auch noch so unbedeutend. Bitte gehen Sie zur Polizei und helfen Sie den zu fassen, der diese schreckliche Sache getan hat. Nur Stunden nach der Pressekonferenz erhalten die Ermittler den ersten Hinweis. Eine Nachbarin gibt zu Protokoll, dass sie Naomi noch unmittelbar vor ihrer Ermordung gesehen hat. Sie wurde gesehen, als sie gegen 21.30 Uhr ihr Elternhaus verließ. Und dann nochmals, als sie in der Nähe des Briefkastens am Bordstein stand und die Straße entlang sah. Das war gegen 21.45 Uhr. Das war das letzte Mal, dass sie lebend gesehen wurde. Was die Zeit danach betrifft, wussten wir nicht, was geschehen war. Doch das müssen die Ermittler herausfinden. Und zwar schnell. Aber noch tappen sie völlig im Dunkeln. Wir hatten keine Ahnung, wie viele Täter am Überfall beteiligt gewesen waren. Möglicherweise zwei. Oder sogar drei. Auf ihrer verzweifelten Suche nach Naomis Mörder schlagen die Beamten einen ganz neuen Weg ein. Chef-Ermittler Bayliss engagiert den Kriminalpsychologen Dr. Paul Britton. Tony Bayliss bat mich um eine Stellungnahme, von der er sich Hinweise auf psychologische und soziodemografische Merkmale erhoffte, die ihn zu Naomis Mörder führen könnten. Die Meinung eines erfahrenen Profilers ist insofern sehr wertvoll, da sich das Täterprofil mit all den anderen Informationen verknüpfen lässt. Doch um ein Profil des Mörders erstellen zu können, muss sich Britton zunächst ein genaueres Bild vom Opfer machen. Die Medien und die Familie vermittelten uns das Bild einer gesunden, fröhlichen und liebenswerten Schülerin, ungefähr 15 Jahre alt. Aber dieses Bild war völlig eindimensional. Ich muss sozusagen in die Opfer hineinschlüpfen, ein Teil von ihnen werden. Also mussten wir unbedingt in ihr Eltern raus. Ich wollte die wahre Naomi kennenlernen, doch das funktioniert nicht über die Eltern, denn 15-Jährige offenbaren zu Hause nur äußerst selten ihre Geheimnisse. Genau die aber musste ich kennen, um zu verstehen, wie ein Menschenleben auf so tragische Weise enden konnte. Detective Bayliss und Dr. Britton durchsuchen Naomis Zimmer, um den Geheimnissen in ihrem Leben auf die Spur zu kommen. Tagebücher, Papierkram, Daten, irgendwas, das vielleicht eine Verbindung zu ihrem Mörder herstellt. Schon nach wenigen Minuten machen die beiden eine aufschlussreiche Entdeckung. Wir haben Kondome gefunden und allerlei Accessoires, mit denen sich eine heranwachsende junge Frau zurechtmacht. Kein Zweifel, Naomi traf sich bereits mit jungen Männern. Ich meine, da ist man schon ziemlich beunruhigt. Die Ermittler finden heraus, dass Naomis letzter Freund acht Jahre älter war als sie selbst. Er war eng mit Naomi befreundet und hielt sich aus welchen Gründen auch immer häufig in der Gegend auf. Den mussten wir finden. Die Polizei schreibt den Mann zur Fahndung aus. Unterdessen haben die Gerichtsmediziner Grund zur Hoffnung, den Mörder auf andere Weise identifizieren zu können. Die Bisswunde. Es geht um das Gewebe unter der Haut. Da hat hier einer ziemlich brutal zugebissen. Dabei sind die Blutzellen im Gewebe beschädigt worden und dann abgestorben. Und als sie abstarben, wurden sie dunkler, was wiederum zu Flecken und Hämatomen führte. Als die Bissspuren deutlicher hervortreten, erhoffen sich die Ermittler entscheidende Hinweise auf das Gebiss des Täters. Wir haben die Bissspuren auf herkömmliche Art und Weise und zusätzlich noch mit Ultraviolett und Infrarotlinsen fotografiert. Diese Spur scheint vielversprechend. Andere hingegen enden in einer Sackgasse. Die Ermittler finden heraus, dass sich Naomi's Freund in der Mordnacht nicht einmal in der Nähe von Ansley Common aufhielt. An einem solchen Punkt ist es nötig durchzuhalten und einfach weiter Informationen zu sammeln. Man schaut sich den Tatort noch einmal an, erinnert sich an die damaligen Umstände und betrachtet dieses Mädchen, das gerade mal 15 war. All das zusammen macht einen Fall wie diesen so schwierig. Da es noch immer keinen Verdächtigen gibt, hoffen die Ermittler, dass ein Aufruf durch Naomis beste Freundin den Fall in Bewegung bringt. Und von irgendwoher vielleicht ein neuer Zeuge auftaucht. Ich habe gesehen, was dieser böse Mensch ihr angetan hat. Ihrer Familie und mir fällt es so schwer, ohne sie zu leben. Jemand muss doch wissen, wer das war. Das beschauliche Ansley Common ist noch immer wie paralysiert angesichts des Mordes an der 15-jährigen Naomi Smith. Auf der Suche nach einem Verdächtigen haben die Ermittler bereits an die 300 Personen befragt. Während der Fahndung gab es etwa dreieinhalbtausend verschiedene Ermittlungsstränge. Die Beamten beginnen zu zweifeln, ob der gewaltige Aufwand sich am Ende auch auszahlen wird. Doch dann stoßen sie auf eine neue Spur. Eine Zeugin hatte sich gemeldet, die, soweit ich mich erinnere, in der Nähe des Eingangs zum Park wohnte. Und die sagte aus, sie habe jemanden laufen hören und dann einen blonden Mann mit wuschelten Haaren gesehen, der vom Tatort weg rannte. Die Ermittler reagieren unverzüglich und lassen eine Phantomzeichnung des jungen Mannes anfertigen. Jeder, auf den diese Beschreibung passt, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. In der Zentrale der Sonderkommission gingen etliche Anrufe ein. Eine Folge unseres Zeugenaufrufs. Alle Anrufer werden von den Beamten vernommen. Einer dieser Anrufer weckt sofort ihr Interesse. Edwin Hopkins meldete sich freiwillig, da er zur fraglichen Zeit in der Gegend war. Der 19-Jährige gibt zu Protokoll, dass er in der Tatnacht seine Schwester besucht habe und zwischendurch nur kurz Bier kaufen war. Seiner Aussage zufolge hatte er die Wohnung seiner Schwester nur für kurze Zeit verlassen, um mit dem Fahrrad zu einem Schnapsladen zu fahren. Diese Geschichte lässt sämtliche Alarmglocken läuten. Zwar gibt Hopkins an, das Opfer nicht zu kennen, doch sein Weg zum Spirituosengeschäft führte ihn direkt am Briefkasten vorbei. Da es nun einen möglichen Verdächtigen gibt, wird als nächstes dessen Schwester Julie befragt. Seine Schwester gab ihm ein Alibi und sagte, er sei zum Zeitpunkt des Mordes bei ihr gewesen. Seine fünfminütige Fahrt zum Laden hätte Hopkins nicht genügend Zeit gelassen, den Mord zu begehen. Also wieder eine Sackgasse? Wir befanden uns in einer ziemlich ausweglosen Lage. Sechs Tage nach Naomis Tod versammelt sich die Trauergemeinde zu einem Gedenkgottesdienst. Der Vater von Naomi Smith und ihre Schulfreundin, die gemeinsam die Leiche fanden, nahmen am Gottesdienst teil, um so die Tragödie begreifen zu können, die vor nicht einmal einer Woche ihr Leben aus der Bahn warf. Alles, woran du in einem solchen Moment denken kannst, ist, dass du alles, wirklich alles dransetzen wirst, um den Täter zu finden. Das ist die eigentliche Antriebskraft. Das motiviert dich auch noch, das Letzte aus dir herauszuholen. Jedenfalls bin ich in die Gerichtsmedizin gegangen und hab Naomi aus ihrem Kühlfach gezogen. Ich hab mich, naja, quasi mit ihr unterhalten. Mach dir keine Sorgen, Naomi, hab ich gesagt. Den Mistkerl kriegen wir. Keine Sorge. Als der Druck der Öffentlichkeit immer stärker wird, nimmt die Polizei alle gewalttätigen Straftäter aus der näheren Umgebung unter die Lupe. Durch Hinweise aus der Bevölkerung und natürlich durch unsere eigenen Ermittlungen hatten wir bereits eine Vielzahl an Informationen gesammelt. Es gab da drei oder vier Leute in der Gegend, die für die Tat durchaus in Frage kamen. Ihre Vergangenheit deutete darauf hin, dass sie zu einer solchen Straftat absolut fähig waren. Am Ende gehören fünf Männer zum Kreis der Verdächtigen. Aus Sorge, dass der Mörder erneut zuschlagen könnte, entschließt sich Bayliss zu einem gewagten Schritt. Ich entschied, dass ein schneller Zugriff die beste Option ist. Eine schnelle Verhaftung war wichtig, um noch forensisches Beweismaterial sicherstellen zu können. Denn wenn man zu lange wartet, verschwinden die Blut- und DNA-Spuren des Opfers allmählich. Am 21. September um sieben Uhr früh führt die Polizei in einer groß angelegten Aktion eine Reihe von Hausdurchsuchungen durch. Wir standen damals so sehr unter Beobachtung, dass die Medien Wind von der Sache bekamen. Kamerateams waren vor Ort und finden die Verhaftungen. Das hat uns eine Menge Ärger eingebracht. Die Frau ist im Hintereingang, er im Schlafzimmer. Er ist im Gewahrsam. Alles klar? Ein aufwendiges und zugleich allzu öffentliches Spektakel. Die Ermittler setzen damit die Unterstützung der Bevölkerung und ihren eigenen Ruf aufs Spiel. Etwa 100 Beamte waren an der Aktion beteiligt. Bei den Verhaftungen und natürlich bei der Spurensicherung. Dann die intensiven Verhöre. Wir wollten herausfinden, wo die Männer in der Tatnacht gewesen waren und was sie zur Tatzeit getrieben hatten. Wir hofften auf diese Weise, den Täter zu finden. Etwa zur selben Zeit machen die Gerichtsmediziner Fortschritte mit den Bissspuren an Naomis Leiche. Sie hatten nun ein ziemlich klares Bild vom Gebiss, das diese Wunde verursacht hat. Mindestens einer der Zähne wies eine deutliche Fehlstellung auf. Daher war uns klar, sobald wir einen Verdächtigen haben, können wir einen Abdruck nehmen. Genau wie beim Anfertigen von Zahnersatz. Und diesen Abdruck können wir dann mit den Bissspuren an Naomis Brust vergleichen. Die Ermittler brennen förmlich darauf, diese unverhoffte Geheimwaffe bei den fünf Verdächtigen einzusetzen. Man braucht ein bisschen Dentalwachs, lässt den Verdächtigen draufbeißen und fertig ist der Abdruck. Dann wird ein Modell hergestellt und schon hat man ein Duplikat vom Gebiss. Ein geniales Verfahren. Denn der Mörder kann sein Bissmuster unmöglich verbergen. Der Reihe nach untersuchen die Ermittler die Abdrücke der Verdächtigen. Das Ergebnis ist niederschmetternd. Es stellte sich heraus, dass es bei keinem dieser fünf Männer eine Übereinstimmung gab. Nach ein paar Tagen mussten wir sie alle wieder laufen lassen. Keiner der Verdächtigen kommt als Täter in Frage. Die Ermittler haben alles auf diese eine Karte gesetzt und verloren. Ein gewaltiger Misserfolg, keine Frage. Doch hätten wir diese Aktion nicht durchgeführt und die Chance nicht genutzt, mögliche Beweise zu sichern, und irgendwann hätte sich herausgestellt, dass einer dieser Männer tatsächlich der Täter war, dann hätte man uns zu Recht vorgeworfen, wir hätten zu lange gewartet. Zwar gibt es nach wie vor keinen Verdächtigen, doch dafür entdeckt der Profiler Paul Britton eine neue Spur. In der Aussage der Zeugin, die Naomi am Briefkasten beobachtet hat, ist offenbar ein wichtiges Detail übersehen worden. Sie blieb stehen und hat sich umgedreht. Offenbar hatte jemand ihre Aufmerksamkeit geweckt. Sie schien absolut unbesorgt und ist einfach auf die Person zugegangen, um sich mit ihr zu unterhalten. Das ist eine ganz entscheidende Beobachtung, die erklären könnte, wie Naomi auf den Spielplatz kam. Sie wäre ganz sicher nicht mit einem Fremden dorthin gegangen. Den Park hätte sie nachts nur in Begleitung einer bekannten Person betreten. Sie war clever genug, um auf sich selbst aufzupassen. Aber leider komplett unerfahren in Bezug auf Männer. Insbesondere in einer Situation, die völlig eskaliert. Auf der Suche nach weiteren Hinweisen befragt Dr. Britton nochmals die Freundin des Opfers. Das Mädchen war völlig traumatisiert. Ihr war die beste Freundin, auf grausame Weise genommen worden. Trotz ihres Schocks ist es Emma, die Dr. Britton den entscheidenden Hinweis liefern kann. Es stellte sich heraus, dass Naomi ein weitaus aufregenderes Leben geführt hatte, als es ihrem Umfeld bewusst war. Und ihre Erfahrungen mit Jungs gingen sehr viel weiter, als man es ihr zugetraut hätte. Wen Naomi im Park getroffen hat, bleibt weiterhin rätselhaft. Doch warum Emma auf der Suche nach ihrer Freundin dorthin ging, ist nun klar. Wir haben uns immer gefragt, aus welchem Grund Emma mitging, um nach Naomi zu suchen. Offenbar hat sie gedacht, dass sich Naomi dort mit einem Jungen trifft. Sie wollte ihre Freundin warnen, damit sie nicht erwischt wird. Mit dieser neuen Erkenntnis über das grauenvolle Ereignis im Hinterkopf erstellt Britton ein Profil des Mörders. Naomi wurde angegriffen und starb dann sehr schnell. Demnach ist er kein Sadist. Auf gar keinen Fall ist es die Handschrift eines Ritualmörders. Das hier war ein impulsiver, wütender Ausbruch. Klar war jedenfalls, dass er etwas Ähnliches schon vorher gemacht haben musste. Wobei er sicherlich niemanden getötet hatte. Womöglich kam es nicht einmal zu einer Vergewaltigung. Aber Übergriffe, erste Anläufe, die gab es definitiv. Und die fanden in dieser Gegend statt, auf seinem Terrain. Anhand dieses Profils erstellt die Polizei eine neue Liste von Verdächtigen. Meiner Ansicht nach suchten wir nach einem älteren Teenager oder einem Mann Anfang 20, keinesfalls älter, der in unmittelbarer Nähe lebte. Meine Schätzung damals war, keine 400 Meter vom Tatort entfernt. Einzig auf diese Altersvermutung und auf die Nähe zum Tatort gestützt, läuten die Ermittler eine neue Vernehmungsrunde ein. Wir haben uns alle Personen vorgenommen, die im fraglichen Alter und in der Mordnacht in Ainsley kommen waren. Anhand dieser Namensliste haben wir weitere Nachforschungen angestellt. Wir verglichen ihre Namen mit unseren eigenen Ermittlungsakten und den Unterlagen anderer Behörden, die vielleicht etwas über sie hatten. Da gerät einer ins Visier, der zum Beispiel 800 Meter weit vom Tatort entfernt lebt. Also kommt er weiter unten auf die Liste als einer, der in nur 400 Metern Entfernung wohnt. Und so weiter. Anhand dieser Parameter entsteht eine Pyramide. Man beginnt an der Spitze und arbeitet sich dann systematisch durch. Die Leute damals wollten ganz schnell Ergebnisse sehen. Doch es geht leider nur so schnell voran, wie es die Ermittlungen zulassen. Doch ist das schnell genug, um den Mörder zu überführen, bevor der erneut zuschlagen kann? Fast zwei Monate sind seit dem Mord schon vergangen. Doch allmählich zieht sich das Netz um den Täter zu. Wir haben gewissermaßen eine Favoritenliste aufgestellt, von der wir die Verdächtigen nach und nach streichen konnten. Unterdessen kommt aus dem Labor eine Erfolgsmeldung. Die Wissenschaftler haben in den Proben aus der Bisswunde zwei genetische Fingerabdrücke entdeckt. Das war wirklich ein bedeutender Durchbruch, denn wir dürfen nicht vergessen, das waren ja noch die Anfänge der DNA-Analyse. Wir hatten ein sogenanntes gemischtes Profil gefunden. Darin waren sowohl Neomis Profil enthalten, als auch das Profil einer zweiten Person. Eine faszinierende Entdeckung. Eine Spur von etwas, das nur die DNA des Mörders sein kann. Bayliss musste eine Entscheidung treffen. Wie sollte es nun weitergehen? Er entschloss sich dazu, DNA-Untersuchungen durchzuführen, um nach und nach den Kreis der Verdächtigen weiter einzuengen. In einer beispiellosen Aktion ruft die Polizei zu einem flächendeckenden Gentest auf. Die Polizei ließ über die Medien verkünden, dass sie einen DNA-Reihen-Test durchführen will und daher nach Freiwilligen sucht. Alle männlichen Einwohner zwischen 15 und 28 sollen getestet werden, ob sie nun verdächtig sind oder nicht. Sie erstellten eine Rangordnung aller Männer in einem Radius von etwa 800 Metern. Als die Ermittler damit beginnen, die Männer auf ihrer Liste zu testen, sticht ihnen ein Name sofort ins Auge. Edwin Hopkins. Er ist bereits vernommen worden. Nach allem, was wir über Hopkins wussten, stand er ziemlich weit oben auf unserer Verdächtigen-Liste. Hopkins war in jener Nacht unterwegs und kam zur fraglichen Zeit genau an der Stelle vorbei, an der Naomi sich auffiel, kurz bevor sie verschwand. Und er hatte das entsprechende Alter. Hopkins passt zwar ins Profil, hat jedoch ein wasserdichtes Alibi durch seine Schwester. Um ihn als Verdächtigen ausschließen zu können, lassen die Ermittler seine DNA untersuchen. Diese DNA-Probe haben wir dann mit dem Ergebnis der Probe verglichen, die wir aus der Bisswunde isoliert haben. Ungeduldig warten die Ermittler auf die Ergebnisse. Wird das neue Verfahren wirklich halten, was es verspricht? Ich komme da rein und Tony Bailey sieht mich an und sagt, ach, sie muss ich unbedingt sprechen. Im Raum wird das Mucksmäuschen still. Alle unterbrechen die Arbeit und sehen uns an. Ich denke, Mist, da ist was schief gelaufen. Und er sagt, die Probe von dieser Bisswunde. Ich sage, ja. Ich zittere wie verrückt und bin total nervös. Und Tony steht auf und sagt, ich muss Ihnen da was mitteilen. Wir haben eine Übereinstimmung. Ich habe ihn wüst beschimpft vor all den Leuten, das vergesse ich nie. Das DNA-Profil passte exakt zu einer Person namens Edmund Hopkins. Was für eine Erleichterung. Nach mehr als zwei Monaten Ermittlungsarbeit scheint der Fall endlich gelöst. Wir wussten, dass wir den richtigen haben. Und ich sagte, ich habe euch ja gesagt, dass wir den kriegen. Ich habe es euch gesagt. Es war ein tolles Gefühl. In der Wohnung seiner Eltern wird der Verdächtige schließlich verhaftet. Keine Bewegung! Hände hoch! Falls Hopkins wirklich der Täter war, wovon man anhand der DNA-Probe ja ausgehen musste, dann hatte irgendwer in seiner Familie gelogen. Deshalb lautete unsere Strategie, alle zu verhaften, die aussagten, er sei zur Tatzeit zu Hause gewesen. Denn die behinderten ganz offensichtlich die Justiz, indem sie ihm ein falsches Alibi gaben. Die Durchsuchung von Hopkins Zimmer fördert weitere Beweise zutage. Alles in allem haben wir in seinem Elternhaus etwa zehn Messer sichergestellt. Die wurden alle zur forensischen Untersuchung eingeschickt. Aber keins der Messer war die Waffe, mit der Naomi verletzt worden war. Ohne die Mordwaffe haben die Ermittler Zweifel, ob Hopkins allein aufgrund der DNA-Beweise verurteilt werden kann. Denn im Jahr 1995 ist der genetische Fingerabdruck ein noch weitgehend unerprobtes Werkzeug der Staatsanwaltschaft. Das waren ja noch die Anfänge der DNA-Analyse in forensischen Ermittlungen. Möglicherweise hält dieser Beweis vor Gericht nicht stand. Ich war mir nicht sicher, ob das für eine Verurteilung ausreicht. Die Ermittler brauchen handfeste Beweise. Und sie hoffen, dass ein letzter, entscheidender Test diese liefert. Wir machten einen Abdruck von Hopkins' Gebiss. Wenn Hopkins' Zähne nicht zur Bisswunde passen, droht den Ermittlern ein Scheitern auf ganzer Linie. Nach zwei Monaten intensiver Ermittlungen unter den kritischen Augen einer besorgten Öffentlichkeit verhaftet die Polizei endlich den ersten Tatverdächtigen. Den 19-jährigen Edwin Hoss. Ich kannte Hopkins nicht. Ich hatte den noch nie gesehen. Aber später fanden wir raus, dass Naomi ihn kannte. Sie war mit Emma babysitten und da sind sich die beiden begegnet. Soweit ich weiß, war das das einzige Mal, dass sie ihn gesehen hat. Hopkins hat gelogen, als er bestritt, das Opfer zu kennen. Damit passt er besser denn je ins Täterprofil. Er ist stur bei seiner ersten Aussage geblieben. Und konnte uns nicht mal ansatzweise erklären, wie seine DNA auf Naomis Körper gekommen war. Als Hopkins seine DNA-Probe abgab, wusste er natürlich, dass wir von ihm kein Sperma am Tatort gefunden hatten. Und wie so viele damals, ging er davon aus, dass die DNA nur aus Spermaproben gewonnen wird. Ihm war überhaupt nicht klar, dass wir seine DNA aus der Bisswunde haben könnten. Während die Ermittler auf die Ergebnisse des Zahnabgleichs warten, durchleuchten sie Hopkins' Vergangenheit. Es war notwendig, seinen Hintergrund äußerst präzise zu durchleuchten, um zusätzlich zum DNA-Nachweis vor Gericht genügend Beweise zu haben. Die Nachforschungen ergeben genau das, was Paul Britton vorhergesagt hat. Der Verdächtige hat bereits zwei Jahre zuvor eine Frau angegriffen. Er wurde angezeigt, weil er eine junge Frau attackierte, ganz in der Nähe des jetzigen Tatortes. Er versuchte, sie zu Boden zu reißen und sie auf genau dieselbe Weise zu vergewaltigen, wie er es bei Naomi getan hat. Doch Hopkins wurde wegen des Überfalls nie angeklagt. Demzufolge war der Täter nicht in unsere Datenbank. Nun glauben die Ermittler genau zu wissen, was in der Nacht des 7. September 1995 geschah. Naomi geht zum Briefkasten, um diesen Brief einzuwerfen. Etwa zur selben Zeit verlässt Hopkins das Haus seiner Schwester. Edwin Hopkins radelt zum Spirituosenladen. Seine Route verläuft so, dass er ziemlich genau um 21.45 Uhr auf Naomi trifft. Er sieht sie am Briefkasten stehen, merkt, dass er das Mädchen kennt und hält an. Sie erkennt Hopkins auch und spricht mit ihm. Dann lockt er sie auf den Spielplatz. Was er sich dann erhofft, ja was er geradezu erwartet, ist, dass sie sich auf Sex mit ihm einlässt. Sie begleitet ihn bis zur Rutsche. Dort kommen die beiden sich körperlich näher. Dabei wird er immer erregter. Von diesem Moment an ist er nur noch auf seine sexuelle Befriedigung fixiert. In der Folge kommt es zu einem Kampf, der zur Bisswunde an ihrer Brust führt. Und als das Mädchen sowas sagt wie, nein, nein, lass das, kocht die Wut in ihm hoch und er will sie bestrafen. Höchstwahrscheinlich wehrt sie sich und fängt an zu schreien. Das bringt ihn dazu, ihr die Kehle durchzuschneiden. Nachdem er sie getötet hat oder als sie noch im Sterben liegt, erfolgt ein Akt der Bestrafung oder, naja, der Frustration über das, was geschehen ist. Und er beginnt sie zu verstümmeln. Doch warum ausgerechnet er? Um es mit einem Einzelgänger zu tun, der sich von seinen Mitmenschen abgekapselt hat. Wir wissen, dass er sich für Deutsche und andere Waffen interessierte. Demnach muss es eine Art Fantasie-Leben gegeben haben, die Sehnsucht nach einem machohaften, aggressiven Rollenbild. Diese Sehnsucht und seine Sexualität verknüpften sich immer stärker miteinander. Das führt zu einer gewissen Kontrollsucht, zum Verlangen, sich dominant zu gebärden, zu einem sehr starken Lustverlangen, gekoppelt an die eigene Inkompetenz. Das alles kommt da zusammen. Eine schlüssige Theorie. Doch Hopkins' Verurteilung hängt von seinem Zahnabdruck ab. Das war ein ganz entscheidender Moment, denn davon hing der Erfolg unserer Ermittlungen ab. Endlich treffen die Ergebnisse ein. Der Zahnabdruck passte perfekt. Ein linker Vorderzahn war falsch ausgerichtet. Ebenso ein Backenzahn hinten rechts. Sie passten perfekt. Die hundertprozentige Gewissheit, dass Hopkins zugebissen hatte. Nun haben die Ermittler den handfesten Beweis, der noch fehlte. Eine letzte offene Frage aber bleibt. Hopkins' Alibi, das seine Schwester ihm gibt. Letztendlich begriff sie, dass auch sie wegen eines schweren Vergehens belangt werden könnte. Julie ist nicht länger bereit, für ihren Bruder zu lügen. Ihre neue Aussage belastet ihn. Laut Aussage der Schwester kam er bei ihr erst gegen 22.30 Uhr an und nicht etwa um 22 Uhr, wie Hopkins behauptet hatte. Sie bezeugte darüber hinaus, dass er bei seiner Rückkehr die Kleidung gewechselt hatte. Außerdem waren seine Haare nass, so wie nach einer Dusche. Die Ermittler folgern daraus, dass Hopkins nach dem Mord zum Haus seiner Eltern fuhr. Ohne deren Wissen dort duschte und dann zu seiner Schwester zurückkehrte. Ich habe oft darüber nachgedacht, was Hopkins wohl zu dieser Tat getrieben hat. War es Eifersucht? Hatte sich jemand über ihn lustig gemacht? Wir werden wohl nie mit Sicherheit sagen können, was im Kopf eines solchen Mörders vorgeht. Zum Ablauf der Tat selbst hat er nie eine Aussage gemacht. Es ist daher schwer zu verstehen oder zu ergründen, was in jener Nacht wirklich geschehen ist, als er Naomi begegnete. Was ihn letzten Endes zu diesem grauenvollen Mord an einer 15-Jährigen trieb. Mehr als ein Jahr später kommt der Fall endlich vor Gericht. Es gibt Fälle, da weiß man schon vorher, dass es mit den Geschworenen ein Drahtseilakt wird. Doch dieser Fall war mit seinen wissenschaftlichen Beweisen ziemlich wasserdicht. Die Menschen berufen sich gern auf, auf das Böse. Und wer gesehen hat, was Naomi durchmachen musste, dem fällt es schwer zu behaupten, dass Edwin Hopkins kein von Grund auf böser Mensch ist. Hopkins beteuert seine Unschuld. Doch am 30. Januar 1997 wird er zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Ein schönes Gefühl, wenn der Sprecher der Geschworenen schuldig sagt. In einem Fall wie diesem, ein grausamer, brutaler Mord. Der sinnlose Mord an einem jungen, unschuldigen Mädchen. Da ist es eine enorme Erleichterung, wenn der Täter seine gerechte Strafe erhält. Naomis Eltern zeigten sich heute mit dem Urteilsspruch höchst zufrieden. Wir sind erleichtert, genau so ein Urteil wollten wir. Ich sah Hopkins in seiner Zelle sitzen und dachte mir, der kann doch kein Wässerchen trüben. Er sah aus wie der Junge von nebenan. Wenn der auf der Straße an dir vorbeiläuft, kommst du im Leben nicht darauf, was er getan hat. Da zeigt sich mal wieder, dass man niemanden nach seinem Äußeren beurteilen darf. Wahrscheinlich wird er in ein paar Jahren wieder entlassen. Wenn es nach mir ginge, käme der nie wieder raus. Solche Leute erinnern sich nie. Du nimmst immer Anteil. Und das lässt sich auch gar nicht vermeiden, angesichts des Verlustes und der Trauer, die die Eltern erfahren. In meinen Gedanken ist sie immer bei mir. Das ist schon so lange her, aber... Es fühlt sich an, als wäre es gestern gewesen. Sie soll jetzt... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020